Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Techpool Podcast. Nach unserer letzten Sonderfolge, die doch ein bisschen länger ging als gewöhnlich, haben wir uns heute wieder eingefunden, um wieder über die aktuellsten Themen der letzten Woche zu sprechen. Mit dabei ist auch wieder der Kalle. Hi Kalle. Hallo. Und der Tim. Hallöchen. Ja, und wir haben es gerade in der Off-Record quasi schon ein bisschen besprochen. Es wird sicherlich noch mal sehr WWDC-lastig, weil wie das halt so ist, jedes Jahr ist der Abend der Keynote natürlich interessant und passieren sehr, sehr viele interessante Sachen. Aber eigentlich sind die Tage danach noch viel, viel spannender, aber dann erst die richtigen Insights und versteckten Funktionen so eintrudeln und die ersten Betas verteilt werden und wir dann noch mehr Sachen sehen. Das heißt, wir werden es heute sicherlich noch mal ein bisschen mehr auseinandernehmen. Allerdings würde ich sagen, fangen wir erst mal mit den Nachträgen an. Tim. Ja, und zwar gibt es aus der vorherigen Folge zur Sonos Arc noch mal kurz Feedback. Ich hatte dazu noch mal ein paar Tests gelesen, Schrägstrich gehört und der Nilay Patel von The Verge meinte tatsächlich, er hat das getestet gegenüber seinem eigenen Sonos, äh, Quatsch, Sonos, ähm, Atmos Setup, äh, wo er richtig alles installiert hat, richtig mit irgendwie Lautsprecher an die Decke getackert und so, ähm, und meinte, für 900 Euro ist das tatsächlich echt ziemlich gut gegenüber seinem, keine Ahnung, 2000 Dollar oder so, ähm, 2000 Dollar Setup und halt sehr viel einfacher, weil du eben keine fucking Lautsprecherkabel irgendwie durch die Decke ziehen musst und der Lautsprecher an die Decke hängen musst, ähm, und es kommt wohl tatsächlich sogar fast ein bisschen besser, weil der, weil der Sound halt gebounced wird, sodass er quasi auch von hinter ihm richtig kommt. Das ist wohl irgendwie bei seinem Setup sonst nicht richtig möglich. Und, also von hinten oben und nicht nur quasi von, von oben oben. Ähm, deswegen, ja, ist das vielleicht tatsächlich für Leute, die, die Atmos wollen, äh, gar keine so schlechte, ja, Konkurrenz quasi, oder günstig Atmos zu haben, ähm, was gut funktioniert, was einfach einzurichten ist, ohne dass man irgendwie, wie gesagt, sich die Decke dabei aufreißen muss. Ähm, das wollte ich nur noch mal einwerfen, dass ich das einen ganz guten Punkt fand, weil wir das ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, runtergemacht hatten. Ja, nee, stimmt, das hab ich auch, äh, gehört, ähm, dass, dass das da doch ganz gut abgeschnitten hat. Die Reviews waren an sich, naja, die waren trotzdem so recht durchwachsen irgendwie, ne, ähm, dennoch, aber, ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein Produkt, was ich erst noch ein bisschen beweisen muss und dann mit der Zeit dann alle merken, was es eigentlich, dass es vielleicht doch ganz gut ist. Ja. Es gibt halt einfach schon viele Atmos-Bars, die wahrscheinlich einfach schon viel, viel besser machen, so, und es günstiger vielleicht auch machen, ähm, aber eben diese Einfachheit auch, dass es eben wirklich nur diesen HDMI-Eingang gibt, dass man eben nicht noch eine zusätzliche Fernbedienung braucht, auch um dann irgendwie den Eingang oder Ausgang wechseln zu müssen und irgendwie HDMI durchzuschleifen von anderen Quellen und so, ist halt am Ende nicht die Sonos Experience. Es muss halt einfach, einfach hinstellen, irgendwie drei Kabel anschließen oder zwei Strom und irgendwie HDMI-Kabel und fertig ist die Kiste. Ähm, und du hast sofort Atmos, du hast direkt einen geilen Ton und kannst es direkt irgendwie in der Sonos-App, ja, benutzen. Und deswegen, ja, sehe ich da schon den Sinn auf jeden Fall, wenn man keine Lust hat, sich die, ja, die Decke aufzureißen, um ein richtiges Sonos, äh, Quatsch, Atmos, meine Güte, Atmos-Setup einzurichten. Ja, ja, it just works, ähm, ist ja quasi der Slogan von Sonos. Nee, aber, ähm, ist halt so, hast du recht, ja. Und dann wolltest du nochmal aufs MacBook, äh, auf deinen MacBook-Kauf beziehungsweise Nicht-Kauf dann wieder, ähm, eingehen. Ja, genau, und zwar, äh, war ja bei mir auch so ein bisschen die Frage wegen 16 Zoll, weil du ja auch sehr zufrieden mit deinem bist und wegen der besseren Grafikkarte. Ähm, jetzt war ein Kollege hier, der hat, äh, das 16 Zoll selbst und ich bin so schockiert gewesen, wie riesig das ist. Also auch einfach, ich weiß nicht, muss vielleicht auch am neuen Design liegen, dass es einfach noch größer wirkt als ein normales 15 Zoll. Aber als ich das gesehen habe, war ich so, okay, das war das Beste, die Bar, die beste Entscheidung, 13 Zoll zu nehmen. Und als ich dann letztens irgendwie unterwegs war, ähm, und nur mal kurz, keine Ahnung, nebenher noch was checken wollte, hatte das MacBook-Moment, hab mich irgendwo hingesetzt, äh, den Hotspot vom iPhone dran und, ähm, kurz auf dem, auf dem, auf den Knien gearbeitet. Ja, da war ich mir dann doch schon am Ende, ja, sehr sicher, dass die 13 Zoll Entscheidung die beste war. Weil 16 Zoll, auch wenn die Grafikkarte geil ist, ist der, der absolute Portable-Killer. Ja, Portable ist was anderes, das stimmt. Aber es ist dann noch ein sehr schönes Gerät. Also ich bin immer noch sehr... Total, also wenn man es zu Hause meistens nutzt, dann ist es super, aber ich hab halt zu Hause einen Riesenrechner. Ja, ist jetzt nicht mehr so groß, aber einen Rechner. Und, ähm, deswegen war das, das 13 Zoll, auf jeden Fall die beste Entscheidung. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, äh, ich hatte auch eine Zeit lang mal einen 13 Zoll, noch ein moderneres, das war schon sehr, sehr gut. Ja, das war schon echt nicht schlecht. Aber, äh, ich, trotzdem ist der Unterschied zu einem 15 Zoll Macbook ja doch gar nicht so groß, ne? Also die kannst du ja fast aufeinanderlegen. Ähm, beim 16er jetzt, äh, das ist tatsächlich, der Unterschied ist gar nicht so riesig, wie man vielleicht immer denken mag. Aber ja, kann ich voll verstehen. Also wer da, äh, ich hätte vielleicht, also, hätten sie vielleicht zu dem, zum gleichen Zeitpunkt, wie sie es 16er rausgebracht haben, auch das 13er so rausgebracht, wie es jetzt rauskam, hätte ich es vielleicht auch, äh, hätte ich vielleicht auch anders entschieden. Ja, das kann schon sein, weil ich diese Kompatibilität ja auch, äh, die Portabilität auch sehr gut finde. Ja. Gut, dann, wie schon angekündigt, kommen wir erst mal zu ein paar Nachträgen zur WWDC. Ich hab, ähm, ganz viel gelesen und ganz viel aufgeschnappt und versucht irgendwie alles Interessante irgendwie abzu, ähm, abzuarbeiten, äh, über die Tage. Vielleicht einmal ganz kurz und nochmal, lass uns nochmal auf die Widgets zu sprechen kommen. Das war ja doch eine Sache, die wir auch uns gewünscht haben und die wir auch ein bisschen breiter besprochen haben. Und unser erster Eindruck dazu ist ja auch klar. Ähm, vielleicht nochmal zur Größe. Wir hatten das die Woche schon nochmal ganz kurz. Also, es gibt drei Größen der Widgets, ne? Es gibt, äh, beziehungsweise es gibt vier Formen, aber drei Größen. Ähm, also die einmalig Größe ist, äh, was hatten wir gesagt? Vier mal zwei. Dann ein Viereck, zweimal zwei quasi und vier mal vier. Genau, aber nicht jede App muss quasi alle Größen anbieten. Also, es gibt's auch teils, dass sie eben nur, keine Ahnung, zweimal zwei und vier mal zwei haben. Genau. Und in diesen zweimal zwei gibt's auch noch Apps, die anderes anzeigen. Also, es gibt einmal, äh, das hatte ich beim Wetter oder so, glaub ich, gesehen. Da gibt's eine Ansicht, die das Live-Wetter anzeigt und eine andere, die, die den Forecast irgendwie anzeigt für mehrere Tage. Das deswegen meinte ich für mit Formen. Also, da kann man scheinbar auch, ja, quasi mit den Anzeigen spielen und für eine Größe unterschiedliche Anzeigen anbieten. Ähm, auf jeden Fall, äh, sehr, sehr interessant. Ich find's immer noch sehr cool. Die ersten Hands-Ons zu den Betas. Ich bin sehr, sehr, sehr kurz davor, mir wahrscheinlich trotzdem die, äh, die Public-Beta zu installieren. Auf dem iPhone oder auf dem iPad? Aufs iPhone. Weil ich find, das sieht so gut aus. Also, ich find, das gefällt mir so gut. Ich guck mir das jedes Mal an und denk mir, das sieht aus wie, weiß ich nicht, wirklich Homescreen 2.0 irgendwie. Also, das ist ja auch so. Und das ist halt, also, ich hätte da echt Lust drauf. Ich mein, das sind eh nur die Apple-internen Apps, die jetzt damit funktionieren, ja. Aber, warum nicht? Also, ich, mal gucken. Also, vielleicht nicht die erste Public-Beta, vielleicht die zweite oder so. Oder noch, oder die dritte meinetwegen dann, wenn's, wo man weiß, ist es schon ein bisschen stabiler. Ähm, ja, also nochmal, die erste würde ich, auch wenn's die Public-Beta ist, keinem empfehlen, direkt runterzuladen. Vielleicht wirklich erstmal abwarten, ob da nicht irgendwie doch Sachen kaputt sind, die dann nicht funktionieren oder so. Aber, äh, das sieht wirklich einfach, einfach zu gut aus. Und ich, ähm, das hat auch nochmal so den Blick auf dieses Widget-Thema auch nochmal komplett geändert. Zumindest für mich. Also, vorher war, also, wenn ich jetzt mal in meine Widget, äh, meine Widgets reingucke, sind das so Sachen, die ich nicht, deswegen sind sie ja da, weil ich sie nicht die ganze Zeit brauche, aber wenn ich sie sehen will, dann guck ich sie mir da an. Ähm, ne, das sind so Sachen, so zweitrangig, sag ich mal vielleicht. Äh, und, und, und das ändert sich halt, ne? Du hast halt wirklich Sachen, die du immer sehen willst und sehen musst oder, oder, oder einfach nur haben willst, dann wirklich da zu liegen. Und das, also, es ändert einiges. Ich find's wirklich, äh, find's wirklich echt cool. Um dem ganzen Hype aber direkt mal einen Dämpfer zu verpassen, was ich schon direkt gesehen hab, ist, dass es scheinbar so ist, dass die Widgets auf dem iPad weiterhin nur in der Seitenleiste sein werden. Ne, 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 ne. Doch, zumindest in der ersten Public-Beta war's so. Aber du kannst, äh. Äh, Quatsch, in der ersten, ersten Developer-Beta. Also, ich hab, äh, genau das Gegenteil gesehen. Ich hab nämlich jemanden gesehen, ich weiß nicht mehr, wo war denn das, ähm, die noch gesagt haben, sie bleiben nicht da, man kann sie rausziehen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, aber. Tatsächlich? Okay. Ähm, dass es quasi eins zu eins beim, wie beim, äh, beim iPhone ist. Okay, das wär natürlich geil, weil, also, das hatte ich, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich das bei MKBHD gesehen hab, oder bei The Verge, ähm, dass es auf dem iPad einfach quasi auch in der Seitenleiste bleibt und auch quasi nicht angezeigt wird, wenn's hochkant ist. Was mich dann erstmal ein bisschen, ja, geschockt hat. Aber, ja, wenn die anderen es quasi geschafft haben, dann, ja, werden sie's ja wohl, äh, nicht einfach ohne Grund gesagt haben. Ähm, deswegen können wir das direkt wieder von der Liste nehmen. Ich freu mich, äh, ich war nämlich echt entsetzt, dass es quasi einfach komplett ohne Sinn den Weg nicht aufs iPad findet. Aber, ähm, ja, dann, äh, hat sich das ja schon direkt erlebt. Ich kann von meiner Hassliste direkt runter streichen. Ich leg meine Hand nicht dafür ins Feuer. Ich, hundertprozentig wissen tue ich's nicht, aber ich würde sagen, es ist, es ist so, dass ich das irgendwo gesehen und auch, äh, so zumindest gehört habe. Ähm, müssen wir ja nochmal nachschauen. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwie was Konkretes zu. Ähm, können wir ja dann immer nochmal besprechen. Zwei Sachen noch dazu. Was ein bisschen schade ist, sag ich mal, Widgets sind halt trotzdem noch sehr an das Raster der Apps, äh, angelehnt, ne? Also man, man kann die nicht irgendwie in die Mitte vom, vom Screen oder so setzen. Es geht nur links oder rechts quasi dann immer, dass es an der Seite anliegt. Und man kann sie auch nicht irgendwie allein, äh, positionieren, dass man sagt, ich will unten nur das viereckige Widget haben und da drüber die Apps oder so. Sondern es bleibt bei diesem Grid von den, von den Apps, ist auch so eine kleine... Dass immer alles nach, quasi, nach oben links, äh, äh, läuft. Ja. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber vielleicht kommt das ja dann der Nächsten. Ja, ist ja noch. Die müssen sich ja für 1.15 auch noch was aufheben. Und eine Sache, die ich auch noch ganz cool fand, die ist auch so ein bisschen untergegangen bei der Präsentation, weil vielleicht haben sie es auch gar nicht gesagt. Ähm, wir hatten ja auch über dieses Smart Stack gesprochen, sodass du halt, ne, die, die, diese ausgewählte, ähm, App, äh, Ansicht, oder diese App, äh, Widget-Ansicht so, ähm, die dann quasi immer zu bestimmten Zeitpunkten dir dieses richtige Widget anzeigt. Da gibt's ja auch mehrere Optionen. Also du kannst ja A natürlich das, das komplett customizen und sagen, ich will das rein, das raus, ähm, und, äh, die Reihenfolge und so weiter. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Widgets einfach übereinander zu legen, ähm, ohne dass die ein Smart Stack sind. Ne, also das kannst du halt auch selber machen. Du kannst halt das, äh, viereckig, also dieses 2x2, ähm, Wetter-Widget, äh, quasi zusammenpacken, wie in so einem Ordner, wenn man Apps in einen Ordner macht, äh, dann das, das Aktien-Widget drüberlegen und schon hast du quasi auch einen, einen Stack, der ist nicht smart, aber du kannst auch sagen, es soll ein Smart Stack sein. Also es ist wirklich sehr, sehr customizing. Genau, Und was ich dazu gehört hab, ist, dass es tatsächlich so läuft, ähm, das wird dann interessant, dass die Widgets quasi, äh, selbst entscheiden, äh, wie smart sie sind. Also im Sinne von, äh, der Programmierer programmiert quasi ein, zeig doch mal mein Widget. Es wäre sinnvoll, wenn mein Widget, äh, immer morgens um 11 Uhr angezeigt wird oder so. Und das wird quasi, wird reinprogrammiert und das sagt dann quasi, das Widget sagt das der, der Smart, äh, Smart Stack Verwaltung und die wägt dann quasi ab, okay, wie wichtig sind die einzelnen Widgets gerade aktuell, ähm, und zeigt dir dann quasi das an, was, äh, ja, der, der Meinung nach, äh, das Wichtigste gerade im Moment ist. Das ist natürlich dann interessant, wenn dann Leute sagen, mein Widget ist 24 Stunden mit der Wichtigkeit 15 von 15. Äh, sodass es halt immer oben ist. Das ist ziemlich cool, aber dass es geht, also. Äh, aber finde ich, ja, finde ich cool, dass es quasi nicht irgendwie, irgendeine AI versucht, anhand meines Nutzungsverhaltens, was irgendwie eh, glaube ich, kein richtiges Muster hat, weil es irgendwie immer so ein bisschen random ist, äh, das zu entscheiden, sondern dass das quasi von den, von den Developern kommen kann, die halt sinnvoll sagen können, irgendwie, ja, das ist jetzt quasi ein Einkaufslisten-Widget oder so, das wäre cool, wenn das irgendwie immer 16 Uhr gezeigt würde oder so. Vielleicht kann man das ja dann auch in den Apps irgendwie einstellen, dass man sagt, okay, Widget-Smart-Stack-Einstellungen, zeigt dieses Widget bitte immer um 16 Uhr oder so. Ähm, ja, also, dass, äh, genau, dass man seine eigenen Smart-Stacks machen kann, fand ich auch extrem cool. Vor allen Dingen, dass man eben auch aus den 2x2-Dingern ein Smart-Stack machen kann, sodass man nicht daran quasi unbedingt gebunden ist, dieses 4x2 zu nehmen. Fand ich gut. Aber ich finde es ja auch interessant eigentlich, wie die versuchen, Automation vielleicht mit einzubauen, wenn du gerade sagst, so, äh, mit Einkaufsliste, dass er meinetwegen das, das Widget immer anzeigt, wenn du jetzt dein Zuhause verlässt oder so. Weißt du, das, oder quasi Geofencing-mäßig. Ja, genau. Du sagst, da, ich gehe immer zu Lidl in der X-Straße. Ja. wenn ich da in der Nähe bin, zeig mir bitte immer dieses Widget an. Wäre natürlich geil, ja. Weiß er dann wahrscheinlich, weil du damit Apple Pay bezahlt hast. Also es ist, es connectet sich alles. Ich muss noch mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich habe gerade noch mal kurz nebenbei, während ihr geredet habt, ein Video angeschaut. Also es scheint wirklich zu sein, dass man die Widgets beim iPad nicht auf den Screens ziehen kann. Nein, doch. Ich weiß nicht, wo ich es her habe, dass das gehört, dass noch extra jemand, als ob jemand gesagt hätte, ja, es geht auch, dass man sie rüberzieht. Aber es scheint, also ich gucke jetzt gerade jemand, der das zeigt, und der hat das wirklich nur in der Seitenleiste. Das wäre schon ein bisschen komisch, oder? Also ich hoffe dann, dass es vielleicht nur in der ersten Developer-Beta nicht ist. Und ansonsten, shame on you, Apple, Alter. Das wäre wirklich sehr, sehr schlecht. Das ergibt halt auch gar keinen Sinn, weil auf dem iPhone sagst du so von wegen, okay, du kannst dir jetzt auf dem iPhone Widgets überall hinlegen, weil, ja, keine Ahnung, dann siehst du es auf den ersten Blick. Und auf dem iPad ist doch viel mehr Platz, viel größer, da kann ich doch viel mehr machen, mir da immer ein Widget anzeigen lassen, oder so. Weiß ich nicht. Also das wäre tatsächlich echt sehr, 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 sehr enttäuschend. Kann man nur hoffen, dass sie es wirklich nochmal ändern, irgendwie mit der, mit den kommenden Versionen dann quasi. Alles andere wäre, ja, wie gesagt, das ist echt eine große Enttäuschung. Naja, wir schauen mal. Gibt es auch was zu den Widgets, irgendwelchen Infos, die ihr noch addieren möchtet? Nee, von mir jetzt nicht. Okay. Ich würde einfach mal weitermachen. Ich habe was gesehen, was die Photo-Privacy angeht, finde ich eigentlich ziemlich interessant, dass du wirklich einfach sagen kannst, okay, diese App will Zugriff auf deine Fotos haben, das kennen wir ja schon, wenn wir eine Berechtigung erteilen müssen. Und jetzt kannst du wirklich sagen, diese App soll nur auf das eine Foto oder auf zwei Fotos, was auch immer, also eine gewisse Auswahl an Fotos Zugriff bekommen und gar nicht auf die ganze Library. ist eine Sache, die mir noch nie so wirklich aufgefallen ist, dass das ja eigentlich ein Problem sein könnte. Für mich ist es jetzt per se erstmal keins, aber es gibt sicherlich genug Szenarien dafür, die das irgendwie begründen würden. Und das kann man jetzt einstellen. Also, ja, also ein gutes Privacy-Feature eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Was bei der Privacy auch noch neu dazugekommen ist, ist eine kleine Status-LED oben neben der Neben der Notch. Finde ich eigentlich ein krasses Detail auf jeden Fall für den Fall, dass du immer siehst, wenn jemand das Mikrofon benutzt oder wenn eine App, nicht wenn jemand, sondern wenn eine App das Mikrofon benutzt oder die Kamera benutzt, dann siehst du, ich weiß gerade nicht die Farben. Ich glaube, bei der Kamera ist grün, ist quasi angelehnt an Mac, wo du ja auch die Status-LED hast. Wenn deine Kamera an ist, ist die grün, ist quasi die kleine LED grün. Und ich glaube, blau, wenn jemand auf das Mikrofon zugreift. Orange hätte ich, glaube ich, dachte ich. orange, ja. Komplementärfarbe. Auch auf jeden Fall ziemlich gut. Hoffentlich kann man das ausstellen, aber ich vermute auch nicht. Weil ähnlich ist es ja quasi schon irgendwie mit GPS, dass dann oben immer blau angezeigt wird. Deswegen ist das, glaube ich, wird einfach Feature. Ist ja auch relativ klein, dass es nicht wirklich stört. Also ich glaube nicht, dass du dann irgendwie weniger von der Uhrzeit oder so oder von der Batterieanzeige sehen kannst. Ich hoffe, ja, ich hoffe, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ganz gut. Es ist wieder halt ein Privacy-Ding und ja, das wird Apple seine Gründe für haben. Wird es sicherlich irgendwelche Concerns oder so gegeben haben, die das irgendwie begründen, dass wir das jetzt auch brauchen. Wahrscheinlich ist das durch die ganze Video-Chat-Zeit jetzt gekommen. Ja, ich denke auch, dass Apple das nicht sehen kann und nicht sehen will, dass Leute ihre Kamera abkleben bei Telefonen und so. Gibt es ja genug von, ja. Leute gibt es ja wirklich, dass sie das vorgehen. Ich meine, ich denke, dass die Privacy nicht anders ist als vorher, nur dass es jetzt angezeigt wird und da Apple eher das Vertrauen irgendwie mehr versucht zu bekommen von den Nutzern. Ja, das wäre eigentlich der einzige Punkt, der mir dazu einfällt, ja. wäre natürlich spannend zu wissen, wenn man da irgendwie drauf tappen könnte oder so, um zu sehen, welche App das ist, weil bringt mir ja auch nichts, wenn ich nicht weiß, welche App das ist. Also klar, ich kann dann nacheinander die Apps beenden und dann vielleicht passiert dann irgendwas, aber ja, wäre schon sinnvoll, dann zu sagen, okay, das ist übrigens die und die App, dass man vielleicht darüber einen Bericht bekommt, irgendwie, dass man quasi sagt, okay, die App XY hat im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 14.45 Uhr auf dein Mikrofon und auf deine Kamera zugegriffen. Das gibt es aber jetzt, dass du Zugriffe komplett nachgucken kannst, das habe ich aber gelesen. Ah, siehst du? Das soll es jetzt geben. Stell mir das ganz, ganz cool vor, wenn das jetzt in Multitasking oder so wäre, in der Übersicht, dass die Apps da, die dann, dass quasi so ein Punkt ja, irgendwie so, dass da drüber irgendwie eine, über die App dann, über diese App quasi ein Punkt ist von dem jeweiligen Gerät oder was, genau, worauf da zugegriffen wird. Das wäre eine Idee. Also ich glaube, ich habe sowas auf jeden Fall auch gesehen, dass man das irgendwie jetzt in einer Art Report sich anzeigen lassen kann, wer wann auf was zugegriffen hat. Genauso wie, das ist ja jetzt auch irgendwie noch neu, wenn irgendwie eine App auf die Zwischenablage zugreift, dass du dann auch noch irgendwie eine Benachrichtigung bekommst oder zumindest eine Info darüber. Ja, oben so ein kleines Pop-Up. Ja. Und das kann man auch nicht ausstellen anscheinend. Also es wird immer geschämt. Die App hat gerade auf deine Zwischenablage zugreifen. Ganz interessant, TikTok greift wohl irgendwie alle drei Tastaturanschläge aufs Clipboard zu. Wow. Das ist natürlich nicht schlecht. Was eigentlich voll dumm ist, weil nur weil du auf der Tastatur tippst, kopierst du ja nichts. Also es macht gar keinen Sinn, dann alle drei Sekunden zu checken, ob du jetzt vielleicht irgendwas anderes kopiert hast. Aber gut, weiß ich nicht. Aber ja, habe ich mir auch so noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ja quasi die Zwischenablage ständig von irgendwem kopiert werden kann und dass das voll viele Apps halt auch schon tun. Ist mir, also zum Beispiel eben Chrome oder andere Browser, wo man, wenn man einen Link kopiert hat, möchtest du hier hingehen? Macht man sich gar keine Gedanken, woher hat er das? Natürlich hat er das aus der Zwischenablage, aber dafür musste er halt drauf zugreifen. Oder ich habe halt irgendwie so eine App, die heißt Parcels für so Versandtracking. Da habe ich eine Nummer kopiert, macht es auf, drückt auf Plus und er hatte schon direkt die Nummer und den DHL-Ding und ich war so, ah, okay, du greifst wahrscheinlich auch auf mein Clipboard direkt zu. Aber die sollen das auch machen, das ist sehr praktisch, also die dürfen das auch gerne weiter. Ja, ja, wird wohl auch quasi in Anführungszeichen nicht ersetzt, aber anders gemacht, über eine API, dass die Apps, quasi einen API-Call machen können, ist, äh, was ist in der Zwischenablage? Also sind da Nummern drin, sind da Buchstaben drin, sind da, ist da eine URL drin, welches Format ist das? Ähm, und dann quasi je nachdem, ob das dann eben eine URL ist quasi, sagen können, ah, okay, ist eine URL, ja, dann möchte ich darauf zugreifen, aber bis dahin quasi nie darauf zugegriffen wurde, nie die Daten erfahren haben, die wirklich in der, äh, in der Zwischenablage sind. Also wenn da quasi eine Telefonnummer drin ist, dann sagt Chrome jetzt nicht, möchtest du, äh, die 0178, äh, was weiß ich, unbedingt aufrufen als Webseite, sondern halt weiß es eben, dass es keine URL ist und sagt es dann gar nicht erst, ob du diese Webseite aufmachen möchtest. Clever, mal gucken, ob das, äh, auch wirklich so dann passiert und auch so genutzt wird. Ähm, apropos, weil du gerade Tastatur angesprochen hast, es gibt jetzt die Emoji-Suche, äh, auf der Tastatur. Händlich, ja, Mann. Und, äh, ist auf jeden Fall, ich find's eigentlich ganz cool, ähm, weil dieses, es ist ja mittlerweile kaum noch zu über, überblicken irgendwie, was es alles für Emojis gibt. Ja, Mann. Diese Eingabe von Apple, diese Eingabe von Apple, ähm, dass man ein Wort eingibt und der das dahinter dann, äh, packt oder man das Wort ersetzen kann durch ein Emoji, ist okay, aber funktioniert ja auch nicht so ganz, weil du eigentlich alle angezeigt bekommst, die es dann vielleicht gibt und so und, äh, äh, ähm, das ist auf jeden Fall, ich hoffe, dass es, dass es irgendwie funktioniert und dass es sich in, ich sag mal, in diesen, in das Schreiben mit gut integriert, ja, dass man, äh, da schnell hinkommt und dann auch von da wieder zurück und, äh, man da nicht durcheinander kommt irgendwie, ähm, aber, hey, warum nicht? Also, ich find's, ich find's sehr, sehr gut. Das gibt's aber, irgendwo gab's das auch schon, gab's schon bei Android? Nee, wo gab's das schon mal? Also, macOS gibt's das auf jeden Fall schon, ähm, ähm, Windows gibt's das auch schon, also, keine Ahnung, der ist, hat, scheinbar war iOS, glaub ich, echt das letzte, äh, Betriebssystem, das es nicht hatte. Also, ich bin mir relativ sicher, dass Android das auch schon hatte, weil's halt auch einfach, keine Ahnung, übertrieben unübersichtlich mittlerweile ist, also, ähm, ja, genau, bei Windows kann man einfach Windows-Taste und Punkt machen und hat dann quasi auch so einen Emoji-Picker, äh, und kann da auch direkt drin suchen und so, also, ja. Ja, cool. Äh, das ist auf jeden Fall eine Kleinigkeit, aber ich bin da sehr, ähm, blickt da sehr positiv, äh, auf das, dass das, dass wir das bald haben werden. Dann noch mal eine andere Sache, die auch danach, kurz nach der WWDC aber schon aufkam, äh, also, nach der Keynote schon aufkam, dass man jetzt quasi mit einem Double oder mit einem Triple-Tab auf die Rückseite des iPhones, äh, quasi eine Aktion auslösen kann. Äh, total, also, eigentlich find ich es total cool. Ich find das, äh, eine echt cool Sache. Total crazy, ja. Ja, vor allem, weil man ja, äh, rein theoretisch, ich glaube, Screenshots und, ähm, Kurzbefehle kannst du auch Siri-Shortcuts machen. Siri-Shortcuts, genau. Kurzbefehle, Siri-Shortcuts. Du kannst jegliche App aufmachen, die Siri-Shortcuts unterstützt. Ich wundere mich ein bisschen, wo das auf einmal herkommt, ne, weil das soll ja wirklich für die, für die iPhones ohne Homebutton sein, also ab dem Zehner wirklich, ne, wenn ich das richtig gehört hab. Ähm, das, das Hardware-mäßig auf einmal funktioniert, war ja anscheinend irgendwie schon vorher irgendwie integriert, dass, dass es darauf anspringen kann, das Telefon. Vielleicht irgendwie über die Taptic-Engine oder so, keine Ahnung. Echt? Der merkt, oder es läuft am Ende eh über dieses Gyroscope, also ich, mhm, okay. Ich hatte ja mal. Der merkt ja quasi Vibrationen, also Erschütterungen. Ich hatte mal ja eine App, die, wo ich meine Apple Watch noch nicht hatte, zum Entsperren des Macs mit dem Klopfen aufs Telefon. Ähm, stimmt. Da bekommt man, naja, das Telefon einfach in der Tasche behalten und wenn man sich dann dem iMac genährt hat, dann einfach haut man, glaube ich, zweimal drauf oder so, so klopfen und dann geht der, entsperrt sich der iMac. Das fand ich ganz, äh, ganz cool und ich denke, das ist so ähnlich, ne? So stelle ich mir das jetzt vor. Aber wenn ich, wenn mein Handy da, äh, mit dem Gesicht nach unten quasi auf dem Tisch liegt und ich mal schnell irgendwie eine Lampe anmachen will, da einen Shortcut drauf habe, äh, ist das, stelle ich mir sehr, sehr praktisch vor. Ja. Gucken wir mal. Also ich werde es definitiv nutzen. Also ich finde, alleine für ein Screenshot ist das schon total, äh, sinnvoll. Ja. Bevor man halt quasi wieder umgreifen muss oder mit zwei Fingern, zwei Knöpfe drücken muss, einfach den Double Tap und, äh, ja, so wie manche jetzt dann den, äh, Google Assistant auf den Triple Tap gelegt haben über den, über den Siri Shortcut, was ja eigentlich auf jeden Fall ganz lustig ist. Ähm, mal gucken. Aber da lassen sich bestimmt ganz nützliche Dinge mit, äh, mitmachen und ich, äh, ist auch ein Feature, was ich definitiv nutzen werde. Ähm, dann hat Apple noch auf der State of the Union angekündigt, dass sie quasi, äh, Tracking Accessoires, also alle Sachen, diese Tracking von Sachen, diese Teil, äh, Geschichten und was es halt alles für gibt, wenn man seinen Schlüssel verloren hat, äh, Trackbar, Schlüsselanhänger und so weiter, dass die sich, äh, demnächst dann mit iOS 14 in die Find My App, also in die Wo-Ist-App auf Deutsch integrieren lassen werden. Ähm, das ist eigentlich, also so ein bisschen wundert mich das, weil wir ja immer noch davon ausgehen, dass Apple irgendwann die AirTags bringt, ja, und damit quasi den eigenen Markt oder den Markt, der für sich eigentlich haben will, äh, das ist schon eine Sache eigentlich, wenn sie da jetzt jedem anbieten, sich da quasi auf ihrer Plattform mit, äh, zu, äh, ja, mit einzutragen und dann, äh, das benutzen zu können, oder? Ja, ich finde Apple wären ungewöhnlich offen irgendwie, ne? So kam es mir vor, also in, in vielerlei Hinsicht, auch, auch jetzt in dem Fall, also, äh, ich bin gespannt, äh, wie Apple das mit der, deren Philosophie dann auch noch hinbekommt, äh, dass sie da wirklich, äh, sich jetzt nicht einreihen, was sie ja nicht wollen, ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie quasi versuchen zu umgehen, dass sie dazu irgendwie rechtlich gezwungen werden, weil es halt, äh, ja, irgendwie eine Benachteiligung ist, ähm, wenn sie dann quasi eine krassere Integration von ihren eigenen Geräten auf den Markt bringen, halt mit den AirTags, äh, da gab es ja auch schon so ein bisschen Antitrust-Issues, ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, ja gut, wie viele Leute benutzen dieses Teil-Ding, äh, unser System ist eh viel geiler, weil alle haben iPhones so, und wenn wir AirTags droppen, dann kaufen sich die Leute auch alle AirTags, äh, also lass uns die einfach damit reinballern, weil die haben sich da eh schon drüber beschwert und haben Angst, ähm, dann sind sie mit drin, dann, keine Ahnung, wenn die Leute das zusammennutzen wollen, haben einen Teil schon, keine Ahnung, gekauft und sagen, naja gut, dann kann ich mir jetzt auch AirTags kaufen, weil dann benutze ich die einfach in einer App, das ist ja mega cool, ähm, ja, also, dass sie halt quasi sagen, ja gut, es kostet uns jetzt nicht unbedingt was, ähm, wir verlieren dadurch wahrscheinlich keinen Market Share, weil die Leute, die auf AirTags warten, trotzdem dann AirTags benutzen werden, weil die wahrscheinlich auch, wie gesagt, sich einfacher finden lassen, weil sie eben mit allen iPhones kommunizieren, ähm, ja, deswegen denke ich, das ist so ein bisschen so, ja gut, machen wir es mal da rein, äh, so viele Leute benutzen es eh nicht und dann kriegen wir zumindest keinen Ärger gerichtlich. Ja, ich hatte auch was von einem Monopolstreit mal wieder gelesen irgendwie, dass da sich doll aufgeregt wird in einigen Ländern, ja, ich glaube, da will Apple so ein bisschen das Vertrauen zurückholen oder sowas, ne, das kann schon sein, ja. Haben sie ja aktuell viel gemacht, auch mit den, mit den App Store Regeln und so, ähm, deswegen, ja, sind sie ja an vielen Fronten zurückgerudert, um das quasi, um sich nicht so wie der absolute Arsch darzustellen, was sie ja bis, davor, bis kurz vor der WWDC tatsächlich sehr gut gemacht haben, äh, mit der, mit der Hey-E-Mail-App, äh, die nicht mal mehr irgendwelche, äh, ja, Fehler beheben durfte per, per Update, ja, das war natürlich so ein bisschen ungünstig und, ähm, ja, aber es funktioniert ja schon, also auch quasi die Hey-App, habe ich gelesen, hat jetzt auch, wenn du quasi kein Hey-Abo hast, ähm, ist sie trotzdem nutzbar, also du installierst sie und hast dann irgendwie so 14 Tage Wegwerf-E-Mails, ähm, also sind sie sich da scheinbar entgegengekommen, weil vorher war es halt wirklich so, hast die Hey-App runtergeladen, es war so, ja, kannst du nicht nutzen, weil du hast, brauchst dafür ein Abonnement, ähm, und das irgendwie 99 Dollar im Jahr kostet, äh, und das fand, glaube ich, Apple einfach nicht so geil und jetzt sind sie sich so ein bisschen entgegengekommen, dafür gibt es jetzt auch generell nicht mehr die Regel, dass eben Apps gar keine Updates mehr publizieren dürfen, wenn irgendwie ein bisschen Streitigkeiten herrschen und das, äh, ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, da gucken wir mal, also kann sein, dass es so ein Move war, um da halt ein bisschen einfach, äh, da weniger Ärger zu bekommen, äh, ich denke auch, Tim, was du sagst, dass es schon so ist, wenn die Leute dann, also der U1-Chip ist ja dann nochmal eine andere Geschichte, ähm, der da sicherlich eine andere, naja, eine andere User Experience dann auch haben wird, äh, was das angeht, für die AirTags von Apple, schauen wir mal, schauen wir mal. eine andere Sache, die wir auf der Wunschliste hatten und die, äh, wo wir nicht ganz sicher waren und das auch ein bisschen später bekannt wurde, ist, dass Apple doch ein bisschen was an der Wetter-App gemacht hat, oder Tim? Ja, äh, und zwar zeigt, äh, iOS 14, zeigt jetzt in der Wetter-App eine 7-Tage-Vorschau, äh, auch die Regenwahrscheinlichkeit an, das heißt schon als kleines Icon, äh, zu den bestimmten Tagen und quasi für den gesamten Tag oder ich glaube für die nächste Stunde oder so. Next Hour, äh, genau, ja. Genau, gibt's in den USA, äh, wo auch quasi, äh, hier, wie heißen sie? Dark Sky. Äh, Dark Sky, genau, Dark Sky, das auch quasi schon gemacht hat, gibt's eine Regenwahrscheinlichkeitsvorschau, also, halt ähnlich wie, keine Ahnung, in Deutschland gibt's halt die Wetterradar-App so, äh, Regenradar-App, ähm, und das ist auch relativ akkurat für die nächste Dreiviertelstunde, Stunde oder so und Dark Sky macht's halt genau so, aber eben bisher nur für die USA und auch bei Apple gibt's eben diese, diese Regenvorschau für die nächste Stunde auch erstmal nur in den USA, lässt sich übrigens auch in dem, ähm, Widget anzeigen für die Wetter-App, in dem 4x2 Widget kann man tatsächlich auch dann die Regenwahrscheinlichkeit sehen, ja, ist cool, aber, ja, bringt mir halt nichts, weil es nur für die USA, aber gut zu sehen, dass sie es überhaupt scheinbar integrieren, ähm, wobei sie sich beim Rest des Wetters scheinbar immer noch auf, äh, The Weather Channel verlassen, ähm, deswegen ist es scheinbar so eine Kombination aus quasi dem aktuellen Wetter, das sie eh schon haben und dann holen sie sich halt von Dark Sky die coolen Features rein, die sie halt geil finden. Ja. Ja, auf jeden Fall gut zu sehen. Ich hoffe wirklich, dass wir auch eines Tages davon profitieren werden und dass das auch zu uns kommt. Und das ist halt eine Sache, wo sie halt die, ähm, es ist halt immer die Frage, wo sie die Daten her haben, Also Dark Sky hat die Daten ja auch durch, durch wahrscheinlich sehr viele Stationen und, und, und User-Daten und so weiter irgendwie zusammen. Das musst du dann, so ein Netzwerk musst du halt auch erst mal aufbauen, ne? Ja, klar. Das musst du in Deutschland dann auch erst wieder starten und die wollen ja vielleicht auch keine, also Apple will bestimmt keine Daten irgendwie einkaufen irgendwo, könnten sie natürlich machen, das ist nicht so, dass sie das nicht leisten könnten, aber vielleicht wäre es ja für den Fakt irgendwie für sie auch sinnvoller, die Daten selber zu erzeugen, und die dann selber zu erzeugen. Ja, vielleicht machen sie das noch irgendwie oder, weiß ich nicht, wenn sie es halt global ausrollen wollen, müssen sie halt gucken, äh, dass sie wahrscheinlich mit Anbietern einfach zusammenarbeiten, weil kannst du ja nicht überall irgendwelche Wetterstationen dann aufstellen, die von Apple sind, ähm, und, wie gesagt, das Regenradar in Deutschland funktioniert schon extrem gut, also man sieht wirklich echt sehr akkurat, wo gerade die Regenwolken sind und, ähm, wann die dann bei dir ankommen und das passt schon eigentlich immer ziemlich genau, ähm, ja, sind diese Daten existieren die ja schon und Apple muss halt das nur integrieren, auch für Deutschland. DarkSky hat das wahrscheinlich einfach aus Kostengründen nicht gemacht, weil warum so krass expandieren, wenn man, mit der App in den USA scheinbar gut fährt und, äh, gut Kohle macht und als beste App, Wetter-App gilt, ähm, und sich dann, ja, die Arbeit aufbürden, das komplett irgendwie in andere Länder und dann bringst du es nach Deutschland, dann willst du aber natürlich auch Frankreich und so weiter, ähm, ja, kann ich davon verstehen, dass sie erstmal nur in USA geblieben sind. Vielleicht kauft ja Apple auch einfach peu a peu die ganzen guten Wetter-Apps der einzelnen Länder auf und natürlich das alles oder so. Einfach alle Wetter-Apps kaufen, bis es keine mehr gibt. Genau. Das funktioniert bestimmt auch. Nur noch die Wetter-App auf dem, auf dem iPhone, dann die entscheidende ist. Warum nicht? Aber nur auf dem iPhone, auf dem iPad gibt es trotzdem keine. Genau, das bleibt so, ja. Ähm, genau. Äh, dann auch eine sehr, sehr coole Nachricht, mal kurz ein bisschen weg von iOS, ähm, obwohl nicht ganz. Äh, TVOS 14 bringt endlich Support für Videostreaming bei YouTube in 4K. Ändlich. Und iOS auch. iOS 14 auch. Geil. Geil. Auf iOS kannst du auch in 4K die Videos dann angucken. Lange vermisst das Feature. Ich muss dir ganz ehrlich, oder euch ganz ehrlich sagen, ich hab den Hintergrund noch nicht so ganz verstanden, ähm, warum das vorher nicht ging. Google hat einen anderen 4K-Videokodec, äh, benutzt als Apple. Und Apple wollte den von Google nicht unterstützen und Google wollte den von Apple nicht nehmen. Also den, den Apple nimmt, ist jetzt nicht Apples eigener Codec, aber ist, glaub ich, der AV1 oder AV2-Codec, der jetzt dann mit, wahrscheinlich in Zukunft von Google unterstützt wird. Und, ähm, ja, dann entsprechend halt auch in 4K auf dem Apple TV gezeigt werden kann. Okay, ja, das muss ja irgendwie so zusammenhängen, dass es dann jetzt geht. Ja, aber auf jeden Fall ist mir auch egal, wo es herkommt. Ich bin froh, dass es geht und, äh, dass das, dass es dann, also es ist ja endlich, ist es schon ein bisschen ärgerlich, wenn man, also ich zum Beispiel gucke sehr viel YouTube und, äh, ja, wenn ich dann weiß, die Sachen sind immer in 4K hochgeladen, ähm, würde ich es mir schon auch gerne in 4K angucken, wenn ich einen Fernseher habe, der das kann, äh, und auch noch in 4K Apple TV habe. Vor allem ist das Problem ja immer, äh, wenn du über, äh, also das hatte ich zumindest, wenn ich halt über die TV eigene App gucke, habe ich kein Dolby Atmos, also Dolby Vision meine ich, nicht Dolby Atmos, Dolby Vision, so, also es ist alles irgendwie auch sehr viel dunkler, aber wenn ich halt über einen Apple TV gucke, der Dolby Vision hat und sehr viel heller ist und alles heller angesteuert wird, dann, äh, habe ich halt kein 4K, also halt irgendwie worst of both worlds. Ja, aber das ist dann hoffentlich im Herbst auch vorbei und, äh, dann ist das endlich erledigt. Könnte von... Apropos YouTube, ähm, und wegen, ähm, fällt mir gerade ein, dank dieser neuen Bild-in-Bild-Unterstützung, ähm, für iOS und auch quasi, also für iOS und, iPadOS kann man dann YouTube tatsächlich auch Bild-in-Bild über Safari schauen. Das ist natürlich ganz geil, weil sonst würde das ja so im Hintergrund abspielen, gibt es ja natürlich nicht. Ähm, ich habe so einen Add-on für Safari dazu, für macOS, äh, ja, für macOS, aber nicht für iOS oder, oder, ähm, also für macOS... Achso, in Safari auf iOS, du meinst in Safari auf iOS? Genau, Safari auf iOS. Achso, achso, ja. Ähm, auf macOS musst du einfach nur zweimal rechtsklicken, weil das erste Rechtsklickmenü ist das YouTube-Menü und das zweite Rechtsklickmenü ist das Safari-Menü und da gibt es Bild-in-Bild. Ähm, ja, ist auch so eine Sache, die man nicht so einfach herausfindet. Dafür muss ich, glaube ich, auch ein Snazzy Labs-Video gucken, um das rauszufinden. Ähm, genau, und dann kann man es aber eben auch, äh, auf Safari, auf iOS und auf iPadOS, so dass man eben Videos auch im Hintergrund oder nebenbei schauen kann. Natürlich halt nur über Safari, mal sehen, ob das dann, ob sie es dann irgendwie auch schaffen, das irgendwie einzustellen, weil das ja auch YouTube Premium so ein bisschen untergräbt. Ähm, aber vielleicht bleibt es auch einfach offen und vielleicht bringen sie es ja tatsächlich dann auch in der, in der YouTube-App auf iOS und iPadOS. Mal gucken. Aber, äh, wäre auf jeden Fall gut. Aber stimmt, der Safari, ich sag mal, der Safari-Trick, der Workaround ist ja eigentlich ganz okay dann dafür erstmal. Ja, wenn man es, nicht die beste Experience, aber wenn man, äh, das unbedingt braucht oder unbedingt machen will, dass man das auf dem kleinen iPhone-Bildschirm noch Bild in Bild guckt, dann kann man das sicherlich darüber lösen. Scheint immer irgendwie der, die, die Umgehung zu sein, alles über den Browser, wie bei, wie beim Fire TV, als da auch irgendwie YouTube nicht mehr über den Browser ging. Naja. Ja, beim Browser geht halt alles. Das stimmt. Äh, dann gab es noch was, ähm, was vielleicht jetzt nicht so das Riesenthema ist, aber interessant dennoch, dass die quasi, dass Apple die Möglichkeit, äh, für Entwickler gibt, äh, in-App-Käufe und, äh, Abos auch, ne, glaube ich, in einem Käufer und Abos, äh, in einer Familienfreigabe zu sharen quasi, was theoretisch bedeutet, dass du einmal den In-App-Kauf machst für ein Spiel oder so, für, weiß nicht, irgendein, äh, das, das frage ich mich zum Beispiel, das wird wahrscheinlich nicht gehen für irgendwelche In-App-Währung. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich, ich meine auch gelesen zu haben, ist es vor allen Dingen für Abos, also, dass du quasi In-App-Abos eben, dass man eben auch Familienabos anbieten kann, ähm, um wahrscheinlich mit so Spotify und so mitzuhalten, äh, dass man halt einfach in der Familie auch Abos weitergeben kann, zahlt man natürlich meistens mehr, also dann irgendwie, keine Ahnung, Overcast, Familienabo und dann können das halt alle nutzen, dann kostet das halt statt 10 Euro im Jahr, äh, 20 Euro im Jahr oder so, aber dann könntest du halt alle sechs Leute nutzen und so. Ja, stimmt, das ist eigentlich ziemlich gut, ne, das, äh, könnte ich mir gut vorstellen, ist eine coole Sache, ähm, und, äh, wenn sie den Weg da quasi freimachen für die Entwickler, äh, warum nicht, äh, mal gucken, ob ich viel, mehr Optionen ist immer besser, ja, mal gucken, wie viele Entwickler da wirklich drauf anspringen, ähm, und sich da nicht sagen, sie wollen lieber von dem Einzelnen weiter abkassieren. Ähm, dann hab ich gerade gesehen, ich hab noch zwei Notizen nochmal zu iOS, äh, wir zwitschen ja sowieso ein bisschen hin und her, erst mal gibt's jetzt im, für den Night-Mode ein Fadenkreuz, ähm, äh, für den Nachtmodus quasi in der Kamera, äh, so eine Art Fadenkreuz, also so ein Kreuz in der Mitte, dass du wirklich stillhältst, also dass du wirklich sehen kannst, also wenn du das dann bewegst, dann siehst du das durchsichtige Kreuz, was sich dann quasi davon wegbewegt und dass du es so übereinander halten kannst, dass du es wirklich so gerade wie möglich hältst. Vorher stand ja nur da stillhalten, ja, ähm, was ja, also kann man schon hinkriegen, drei Sekunden sein iPhone stillzuhalten, aber, äh, dieses quasi, dieses Fadenkreuz soll einem nochmal helfen, da so ein bisschen, äh, noch genauer zu sein, was diesen Night-Mode angeht. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja. Vorher war das ja nur so, dass du anhand der Verschlusszeit, die sich geändert hat, wenn du dich nicht bewegt hast, ist ja die Verschlusszeit immer größer geworden und ich denke, dass da, dass, dass da viele Leute gar nicht wissen, warum, was das eigentlich ist, warum das so ist, ne, und, äh, dass man da wirklich, äh, stillhalten muss, damit man die Verschlusszeit möglichst lange hinbekommt, damit man ein möglichst gutes Ergebnis nachher bekommt beim Foto, ja, und wenn, das mit dem Fadenkreuz, finde ich, glaube ich, ein bisschen allgemeiner gelöst so, dann für die, ja, klar, für die Allgemeinheit sozusagen. Ja, verständlicher halt, ne, also das andere war halt wirklich so, da stand dann irgendwas von drei Sekunden, ich kann mir vorstellen, dass viele gar nicht wussten, was sie da gemacht haben, wenn es ein bisschen dunkler wurde im Raum oder so, dass sie da dann einfach ein Bild gemacht haben und dann war es, äh, direkt verschwommen, das passiert ja relativ schnell. Ja, genau, genau, genau. Und dann noch ein Feature, was ich auch recht interessant finde, ist diese, äh, diese Sound Notifications, dass du also eine Benachrichtigung bekommst, wenn das iPhone einen bestimmten Sound hört, wie zum Beispiel, äh, Feueralarm, Wasser, wenn Wasser fließt, ähm, wenn ein Kind schreit, wenn, ich glaube, Sirenen auch generell, ich weiß jetzt nicht alles, aber das sind einige, äh, die man da einstellen kann und das ist eigentlich, also wenn das gut und akkurat funktioniert, ist das eigentlich ziemlich clever, muss ich sagen, ähm, so kann man natürlich so ein bisschen, wenn man die AirPods drin hat und man hört vielleicht gerade nichts oder so, wenn dann das Kind schreit oder, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, äh, dann kriegt man halt eine Push-Benachrichtigung, hey, dein Baby schreit, falls du noch nicht gehört hast, ähm, was ja im Sinne von Audio-Sharing über Apple TV, was wir letzte Woche ja auch schon kurz hatten oder in der WWDC-Folge dann ja sein könnte, dass beide Eltern Teile das Kind nicht hören, ja, und dann kriegt wenigstens einer eine Benachrichtigung. Das ist schon cool, ja. Auch so, äh, Hund und Katze und so geht wohl auch. Stimmt. Aber meint ihr, die bringen das Klatschen zurück, so, Apple? Also daran denke ich so, wenn, wenn man auf ein bestimmtes Geräusch, ähm, dann noch eine Automation drauflegen kann, dass man per Klatschen, äh, wie damals, äh, die Lichter wieder anmachen kann oder sowas, äh, das wäre ja, sehr witzig, finde ich. Also wenn sie das irgendwie in einen Shortcut mit einbinden würden, wäre auf jeden Fall cool, äh, das, also da wäre ja gar nicht so doof eigentlich, du hörst ein, das iPhone hört eine Sirene oder einen Feueralarm, dann geht halt noch irgendwo Lichtrot an oder sowas. Ja, genau. Äh, in dieser Kombination. Kann ich mir eigentlich gut vorstellen, ich glaube aber nicht, dass das schon am Anfang jetzt mit dabei sein wird, aber vielleicht ist das so eine Erweiterung, die sie dann, äh, die sie dann machen werden in Zukunft. Ich habe nur für ein Bild von MKBHD auf Instagram gesehen, der den ganzen Bildschirm mit Benachrichtigungen voll hat, äh, voll hatte das Wasser läuft, alle paar Minuten irgendwie eine Benachrichtigung bekommen hat darüber, das Wasser, dass das iPhone Wasser gehört hat. Also keine Ahnung, ähm, es gibt bestimmt auch einen Use Case dafür, aber ich wollte es nochmal erwähnen, weil das für mich ein sehr cooles Feature ist und wirklich auch, ja, helfen kann. Mega sinnvoll. Äh, tatsächlich steht wohl auch direkt jetzt, ähm, weil Apple natürlich nicht haftbar gemacht werden möchte, wenn du dann deswegen irgendwie, keine Ahnung, weil du den Feuer, weil du dich jetzt darauf verlässt, dein iPhone dir sagt, wenn Feueralarm ist, ähm, dass du dich halt nicht darauf verlassen sollst, ähm, dass dir das iPhone immer sagt und zu 100 Prozent, mit 100-prozentiger Genauigkeit, dass es aktuell brennt, weil dein Feueralarm an ist, ähm, ja, es ist halt eine Hilfe für Leute, die halt einfach vielleicht nicht so gut hören können, finde ich eine mega gute Sache, auch, dass die Leute einfach ein zusätzliches Tool haben, um, ja, beispielsweise Telefon oder irgendwas hören zu können, wenn sie das, also, hören zu können, in Anführungszeichen, zumindest dann darauf aufmerksam, ähm, zu werden, genau, deswegen ist es ein cooles Feature, dass sie es reingemacht haben, ja. Habt ihr eigentlich schon mal diese Hörhilfe mit den AirPods benutzt, auf dem iPhone? Ne. Dieses, äh, mehr hören quasi, hab der noch nie benutzt, ich hab's einmal ausprobiert, das funktioniert eigentlich ganz gut, ähm, Kann ich das mit den, äh, mit der ersten Generation? Ja. Ich würd sagen, was ist da, was macht der da? Der macht nur die Mikrofone an, quasi, vom iPhone. Und gibt dir den Ton, vom iPhone oder von den AirPods? vom iPhone, du kannst das iPhone quasi in einen anderen Raum legen, und die Leute da belauschen. Okay, geil. Das ist ja das, das ist ja das Ding, dass das quasi, das filtert das quasi durch und, äh, gibt ja das laut auf die AirPods zurück. Ähm. Also kannst du auch einfach quasi das dann in den Meetingraum legen und dann währenddessen kurz kacken gehen oder so? Zum Beispiel, ja. Ja, praktisch. Gerade für Telearbeit. Ja. Dafür auf jeden Fall. Also das, äh, aber das ist auch so ein Ding, ne, also es hat mich so ein bisschen an das Feature erinnert, dass es irgendwie dann, irgendwie dann auch, wenn du AirPods drin hast, trotzdem irgendwie eine Meldung kriegst, das iPhone hört halt mit. Ähm. Mal gucken, was, wenn man jetzt einschaltet, also, wenn man jetzt alle Alarm, äh, Notifications einstellt, Sound-Notifications einstellt, dann, äh, weiß nicht, wie viel Akku das nachher zieht. Also das iPhone ist ja dann doch irgendwie die ganze Zeit, äh, Standby und, und versucht irgendwie da, da, äh, was zu erhören. Ähm. Und es ist ja kein Wake-Word wie, äh, Hey Siri oder sowas, ja, was, was eindeutig ist, sondern, also rauschendes Wasser klingt ja nicht immer gleich. Ähm. Das heißt, es kann, es kann gar nicht so eindeutig, nicht auf was Bestimmtes warten, sondern muss auf irgendwas warten, was sich halt so eh nicht anhört. Ähm. Und kann halt, könnte halt die Sache schon wieder ein bisschen schwieriger machen. Aber wir gucken mal, was, äh, was Apple da so in petto hat und ob das wirklich gut funktioniert. Ähm. 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 Die bekommen übrigens auch das smarte Laden, was es jetzt auf dem Mac gibt. Ja. Dass sie erst, äh, auf 80 Prozent laden, wenn du sie halt immer nachts ansteckst. Äh, und dann erst. Sorry, kurze Frage, macht das jemand? Also es funktioniert ja automatisch. Nee, nee, nee. Ach so, die Airpods nachzuladen. Genau. Ich lade die halt, wenn ich sie laden will. Ich lade die halt, wenn ich sie brauche oder wenn ich sie laden will. Ja, so. Also ich benutze die ja immer unterschiedlich den ganzen, deswegen diese ganzen, auch zum Beispiel, dass das Handy immer sagt, hey, äh, abends laden oder so, das funktioniert bei mir halt erstens nicht, weil ich einen Cheat Charger benutze. So, der lag, glaube ich, eh immer bis 100 Prozent. Da funktioniert das nicht, weil er irgendwie nicht kommuniziert mit dem, mit dem Ladegerät halt, ne? Das habe ich mir auch schon aufgefallen. Ich glaube, das geht, habe ich auch schon mal festgestellt. Das geht nicht, weil. Ich habe das noch nie gesehen, selbst wenn ich drei Stunden bevor meiner normalen Aufwachzeit, sage ich mal, aufwachen würde und dann mein Handy runternehme, ist es immer voll. Ja, weil per G geht es nicht, weil er eben, wie gesagt, den Ladestrom nicht kontrollieren kann. Das ist ja eben. Geht halt nur per Kabel, weil er dann dem Kabel sagt, ey, danke, brauche jetzt erstmal nichts. So, und dann, ähm, ja, dann lädt er eben erst später. Aber genau, das funktioniert halt mit den Airpods. Das, ja, ist halt die Frage, weil, wie gesagt, ich lade meine Airpods, wenn ich gerade lustig bin oder wenn ich sie gerade nutze, lade ich halt das Case erstmal auf, wenn es irgendwie leer ist, so. Deswegen, ja, ist cool, wenn man sie halt wirklich ständig benutzt und vielleicht ist es halt auch für die Leute gerade sinnvoll, weil bei denen dann natürlich viel öfter das Ding halt, irgendwie der Akku irgendwann im Arsch ist, wenn du es halt wirklich jeden Abend immer auflädst, weil du den Tagsüber komplett immer leer machst, weil du damit irgendwie Telefonkonferenzen bestreitest oder so. Ähm, und dann macht es schon Sinn, dass die Teile quasi den Akku schonen. Ähm, aber ansonsten, also für meinen Nutzen, lade ich die Teile viel zu unregelmäßig, als dass mir das irgendwas bringen würde. Ja, das geht mir eh nicht. Um das direkt nochmal mit aufzugreifen, die Apple Watch kriegt das Feature auch. Ah, okay, das ist geil. Apple WatchOS 7, die soll das auch bekommen. Wobei das bringt ja nichts, wenn man ja Schlaftracking machen soll, ne? Ja, das ist natürlich, äh, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. da muss man es dann wieder ausschalten. Ähm, da kommen wir direkt zum nächsten. Äh, Tim, du hast welche Series? Äh, zwei. Kalle auch, ne? Nee. Nee, ich hab die drei. Du hast drei. Ja. Du hast drei. Ja, das heißt, zwei von drei von uns bekommen, äh, WatchOS 7. Ja, drei von drei. Äh, wird eine neue Apple Watch dann. Ja, muss, äh, muss dann auch sein, glaube ich. Also, wenn, wenn es dann soweit ist, dass dein Device keine Updates mehr kriegt, ähm, dann kann man schon mal drüber nachdenken, sich da was Neues zu holen. Äh, ich finde es ein bisschen, also der Cut wirkt ziemlich krass eigentlich, weil wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Rückgenerationen iPhones, iOS bekommen, und wie viele Generationen zurück die Apple Watches jetzt dann, das bekommen, ist ja jetzt nicht so viel. Ja, es sind jetzt bloß noch drei, beziehungsweise mit der neuen dann vier Generationen, die dieses neue WatchOS bekommen werden. Aber dennoch, äh, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, wichtig für alle da draußen. Apple Watch Series 2 Besitzer werden dieses Update nicht kriegen. Und, was wir dann mit dem Update alle nicht mehr kriegen werden, ist Force Touch. Force Touch ist ja quasi auch erledigt, ne, das hat sich jetzt in den ersten Betas, äh, rauskristallisiert, sodass wir wieder bei den Gerüchten werden, ob dann wirklich vielleicht irgendwie bei der Apple Watch, bei der nächsten Generation designtechnisch da doch ein bisschen was passiert. Ähm, wenn die Steuerung jetzt dann nicht mehr über Force Touch, sondern eben über einen anderen seitlichen Knopf oder irgendwas passieren könnte. Ja. Also zumindest ist das so die, sind das so die ersten Gerüchte, die jetzt da wieder aufmachen. durchgekommen sind. Ganz sinnvoll ist irgendwie, weil dann die Buttons zurückkommen, weil oftmals, hatte ich zumindest auf der Watch, war mir gar nicht klar, dass ich jetzt Force Touch benutzen kann, um mir hier in dieser App noch an zusätzliche Informationen oder zusätzliche Einstellmöglichkeiten zu kommen. Äh, das war nie gut kommuniziert. Ne, weil es gibt ja auch nur, also nur manche Apps nutzen das, manche Apps auch nicht. Und, äh, deswegen, wenn sie da lieber den Platz finden, mir da mehr Buttons oder so anzuzeigen, finde ich das vielleicht einfach ein bisschen sinnvoller, ja. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch immer das Problem ist, dass es halt niemand nutzt, weil niemand weiß, dass es halt teils nutzbar ist, so, und dann, ja, ist es halt einfach ein bisschen zu, zu, verwirrend für einen neuen Nutzer, dass es da überhaupt noch Einstellmöglichkeiten gibt. Ja, wenn du überlegst, das ist ein gutes Beispiel, wenn du als neuer Nutzer überlegst, du hast, es wischt runter auf dein Notification Center, auf deiner Uhr, äh, wie machst du das denn leer? Ja, also wie, wie, wie leerst du das dann? Du sagst dir ja gar keiner. Ja, ja. Ja, ähm, ist schon schwierig. Jetzt wird dann ein, WatchOS 7 ist dann quasi oben so ein Clear All Button, äh, der das quasi löscht. Äh, mal gucken. Ich bin eigentlich Fan davon, ich war auch 3D-Touch-Fan, ich hab's seit 3D-Touch-Touch-Touch-Touch benutzt, aber, ähm, das ist jetzt halt weg und das Force-Touch, man hat sich, also ich hab mich schon dran gewöhnt, diesen extra Klick, sag ich mal, noch zu haben, diese rechte Maustaste, wenn man so will, ähm, aber gut, man wird sich auch daran gewöhnen. Ja. Dann nochmal ganz kurz zu WatchOS 7, war da noch irgendwas, was irgendwie wichtig war? Soweit eigentlich, glaub ich, erst mal nicht. Achso, äh, auch ein ganz cooles Feature, man kann Kurzbefehle jetzt als Komplikation hinterlegen. Ja, also das heißt, du den direkt quasi damit auswählen, äh, damit auslösen kannst. Ähm, kann nützlich sein. Die Geheimautomation, ganz cool oder so. Ja. Das finde ich auch richtig gut, ja. Dann brauche ich nicht immer extra in die Komplikation erst rein und dann irgendwas auswählen, sondern man hat's wirklich immer dort direkt. Gibt bestimmt auch genug andere noch Anwendungen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man also bauen kann, aber nimm die zuletzt, die Nummer, die mich zuletzt angerufen hat und speichere die ab oder so oder ruf die zurück oder gut, das kann man auch so noch machen, aber geht halt schneller als erst in das Phone-Menü reinzugehen und so eine Sachen. Also wer da viel mit der Uhr unterwegs ist, kann da sicherlich den einen oder anderen interessanten Shortcut noch bauen. Ähm, ansonsten war WatchOS 7, es kam jetzt nicht mehr so viel diese Woche, äh, noch dazu. Zumindest nichts, was nicht schon bekannt war. Ich gucke noch mal ganz kurz. Watchface-Sharing haben wir schon gesagt, ne, Sleep-Tracking hatten wir uns auch schon ein bisschen unterhalten. Gut, Handwaschen, äh, Händewaschen kennen wir schon. Äh, Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und da, achso, und dann wurde noch mal, äh, irgendwas gab's noch, und zwar war das mit dem, es gab ja bei WatchOS 6 dieses, dieses Feature mit dem, mit der Lautstärke-Messung, ne, dass man sehen konnte, wie, wie laut etwas ist und du kannst jetzt, deine Uhr sagt dir jetzt, wenn deine Kopfhörer zu laut sind. Okay, also die, wenn die Uhr das hört oder wie? Ja, die checkt das irgendwie. Ich weiß nicht, ob das nur geht, wenn die Uhr mit den Kopfhörern vermunden ist, aber das ist ja Quatsch, also es geht ja, oder, mit AirPods, aber, ähm, also ich kann da mal vorlesen, einfach aus dem, aus dem Artikel, beziehungsweise aus dem Text von Apple, ähm, following the introduction of the noise app in WatchOS 6 that measures ambient sound levels and duration of exposure, WatchOS 7 adds further support for hearing, äh, hearing helps with headphone audio notifications. Customers can now understand how loudly they are listening to media through their headphones using their iPhone, iPod Touch or Apple Watch. and when these levels may impact hearing over time. Na gut, aber ist jetzt auch jetzt nicht so repräsentativ, weil je nachdem, ob ich jetzt geschlossene oder offene Kopfhörer hab, kann ich mir halt entweder die Ohren komplett kaputt machen, ohne dass davon jemand was mitkriegt, bei geschlossenen Kopfhörern, oder, dass alle was davon mitkriegen, bei offenen Kopfhörern, und die App wahrscheinlich dann komplett wahnsinnig wird, weil, äh, um mich herum 110 Dezibel Musik ist. Ähm, aber ja, ja, vielleicht halt einfach, dass man hört, man hat die AirPods zu laut, aber gut, wenn man das nicht bekriegt. Es ist halt wie alles immer, das ist immer nur so ein, so ein Medical Advice, ne, also nix, worauf man sich jetzt stützen sollte, ne, sie sagen jetzt auch nochmal, when total listening with headphones has reached 100% of the safe weekly listening amount, Apple Watch provides a notification to the wearer, so dass man einfach sagen kann, du hast heute schon, du hast schon genug gehört in der Lautstärke für diese Woche, wie du eigentlich solltest. Ich wusste nicht, dass es da eine, eine Regelung gibt, dass man nur so und so viel Musik in der und der Lautstärke in jeder Woche hören darf, aber, äh, ist zusammen mit der WHO irgendwie, äh, auf jeden Fall auch gemacht, mal gucken, aber es ist mir nur eingefallen, weil ich weiß, dass es auch da war. Also ich kenne Leute, die sich, die tatsächlich die Ohren ordentlich kaputt gemacht haben dadurch, jeden Tag Musik auf volle Power so, und, äh, ich glaube, das ist schon, ne, wie du sagst, so Medical Ding irgendwie, dass da drauf nochmal geachtet wird, dass, dass man weiß, alles klar, Apple achten auf mich, die tun was für meine Gesundheit, so, darum geht's ja. Genau, dann gibt's noch, äh, als neue Komplikation noch zusätzlich zu den Shortcuts, äh, wird's eine Komplikation für Sleep geben, also für das Schlaftracking, okay, und für diesen Camera Remote Button gibt's auch einen Shortcut jetzt dann, ach, eine Komplikation, äh, eigentlich auch, ich glaub, es wird viel benutzt, also ich kann mir das schon vorstellen, dass einige Leute das brauchen. Ich find's auch gut. Ich find's mega, äh, gerade wenn man irgendwie so Gruppenbilder macht, keine Ahnung, Weihnachten oder so, legst das Handy einfach irgendwo hin und, äh, guckst dann einfach, ob alle drin sind, kannst auslösen und so, er macht ja dann auch direkt irgendwie zehn Fotos oder sowas, macht ja direkt Burst, ähm, ich find's super, also, und ich hab das auch mega gerne genutzt, ich hatte, äh, meine Freundin hatte in ihrer alten Wohnung so einen mega tiefen Einbauschrank im Flur, der quasi so, so richtig tief war und auch richtig hoch und dann ist da irgendwann mal, hab ich da mal was hinter gefeuert, ganz oben ins Regal und hab halt, ja, kam halt nicht ran, so, und hatten jetzt auch nicht direkt den Leiter, hab ich mich auf den Stuhl gestellt und halt quasi so das Handy reingehalten und dann mit der, mit der, äh, Uhr geguckt, wo das jetzt ist, wo ich das reingefeuert hab und dann hab ich einfach mit irgendwas Langem dann halt rausfischen können, aber konnte es halt dadurch viel gezielter machen und kann, ja, ich find's super, wenn man, wenn man das nutzen kann, ja. Ja, kreativer Weg auf jeden Fall. Ähm, dann noch eine Sache zu den AirPods nochmal, die wir grad schon mal ganz kurz hatten, wir hatten's ja vermutet, ich hatte's vermutet, sagen wir's mal so, äh, dass dieses, äh, wie heißt das, Automatic Switching, glaub ich, das automatische Wechseln, ähm, nicht für alle AirPod-Generationen verfügbar sein wird und das hat sich dann relativ schnell danach auch bestätigt, dass es dann, äh, ja, nur für ab zweite Generationen, richtig? Ja. Wegen dem W2-Chip, ja. Genau. Ähm, also zweite Generationen und AirPods Pro können Automatic Switching machen, äh, ja, schade, aber wie gesagt, technisch war mir fast schon klar, dass das irgendwie sicherlich was damit zu tun haben muss, ähm, und, ja, dann müssen ja jetzt halt alle mal auf mindestens zweite Generationen AirPods upgraden. Ist ja auch die Frage, wie viele erste Generationen AirPods noch rum, rumgeistern in der Welt, wo der Akku wahrscheinlich schon zwölfmal tot ist. Hier. Du hast noch AirPods erste Generation? Ja, ja, ja. Meine Freundin auch. Schlecht, okay. Dann, äh, sind das wahrscheinlich noch Ich glaube schon, dass das noch einige gibt, also ich höre auch viele, die sagen, die haben keine Akku-Probleme, äh, so in anderen Podcasts und so, die sagen, die schwören da drauf und reicht, reicht denen eigentlich aus. Deswegen, ich bin auch noch zufrieden. Also ich merke schon, dass es runtergegangen ist von, was war das, vier Stunden, fünf Stunden auf anderthalb Stunden oder so. Ähm, aber für meine Strecken völlig okay. Also, völlig in Ordnung. Also hätten die die Pros nicht rausgebracht, hätte ich meine erste Generation wahrscheinlich auch noch. Ich habe ja nur das Case geupgradet auf das, äh, das induktive Case. Ähm, wenn die nicht wirklich den, also wirklich dann irgendwie abgedankt hätten, hätte ich sie wahrscheinlich auch noch. Für den Use Case, wo ich sie brauche, äh, hätten sie wahrscheinlich noch ausgereicht. Ja. Aber, ja, auf jeden Fall, wer automatisches switchen will zwischen Geräten, der muss mindestens Generation 2 haben. Dann, muss ich mal ganz kurz mehr Sachen hier nachgucken, was es noch so gab. Ich habe noch zwei Sachen, die kann ich direkt einwerfen. Und zwar, ähm, wir hatten uns doch gefragt, ob, äh, die Spotlight-Suche auf dem iPad, wie die, wie man da rankommt, ohne quasi eine Tastenkombination. Und zwar würde es genauso funktionieren, wie aktuell auch, dass man quasi einfach vom Homescreen, äh, nach unten zieht. Ähm, halt nicht von ganz oben, also nicht in die Notifications, sondern einfach so mittig. Und dann kommt einfach quasi die Suche auch mittig raus. Haben sie direkt, haben sie, glaube ich, bei The Verge gezeigt. Äh, finde ich ganz geil gelöst, muss man sich nicht an Neues gewöhnen. Ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, weil man zieht halt keine, also nicht so ein Layer von oben runter, wie das halt jetzt ist, sondern es taucht halt einfach die Suche auf. Aber, ähm, ja, besser als da irgendwie sich zwölf neue Gesten zu überlegen, wie ich jetzt an die Suche komme. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Das finde ich, äh, finde ich auch eine coole Sache. Äh, ich hab noch, achso, du hast noch eine zweite Sache, sorry. Genau, und zwar, fand ich mega cool, Kaki, ähm, war ja angekündigt worden, und da war ja so ein bisschen so von wegen, haja, wenn mein iPhone dann irgendwie geklaut wird und so, wie auch immer, ist halt, ist halt so, aber da ist ja zum Beispiel auch mein Portemonnaie quasi dann weg, so nach dem Motto, wenn ich damit bezahle, deswegen, ja, muss man halt auf sein Handy achtgeben, aber was halt auch eine Idee war von wegen, was ist denn, wenn mein Handy alle ist. Und zwar ist es so, wenn das iPhone ausgeht, kannst du, also weil es quasi, weil der Akku komplett alle ist, kannst du Kaki noch ganze fünf Stunden lang benutzen, äh, um das Auto einzuschalten und dann halt auch quasi ja rein, also aufzumachen und dann das, äh, das reinzulegen und dann lädt es ja auch direkt, so, also dann hast du ja sofort wieder Akku, also ist das Problem, dass du, okay, Handyakku ist alle jetzt, wie, wie komme ich jetzt zu meinem Auto, ganze fünf Stunden lang hat man dann auch die Möglichkeit, eben zum Auto zu gehen und vielleicht sein Handy dann über den Autoakku, äh, zu laden oder über die Batterie oder dann halt einfach loszufahren und das Ding lädt halt einfach passiv auf, ähm, fand ich extrem cool, dass es quasi einfach so im Low-Power-Mode noch funktioniert, äh, da sein Handy per NFC, äh, Quatsch, sein Auto per NFC aufzuschließen. Auf jeden Fall wichtig. Kann ich mich noch erinnern, dass als die ersten Kaki-Gerüchte damals aufkamen, dass es genau das sogar schon gab als Info, dass das so sein soll, dass man irgendwie mit diesem, äh, also, aber es war nur ein Gerücht, also es ist ja nie so, war nur so eine Idee oder keine Ahnung, wo es herkam, dass man wirklich, durch diesen Low-Power-Mode danach trotzdem einfach noch dank NFC und allem drum und dran, äh, das Auto aufschließen kann. Cool, dass es jetzt geht, wusste, habe ich nicht mitbekommen, ähm, finde ich sehr, 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 sehr gutes Feature. Ich habe noch eine Kleinigkeit gefunden und zwar, also ich glaube, ich werde sie benutzen, äh, es wird für diesen Zurück-Button in Menüs und, und, und so weiter, wird es so eine Art Long-Press jetzt geben, ähm, der, wenn du also in mehreren Schichten, sagen wir mal, du gehst auf Einstellungen, gehst da auf Allgemeinen oder Bedienungshilfen oder was auch immer und dann kannst du dich ja in den Menüs ganz schön verschachteln, ne, das geht ja relativ schnell und wenn du in den Untermenüs dann da reingehst und wenn du auf den Zurück-Button länger drückst, dann kriegst du quasi die ganzen Layer angezeigt, auf denen du vorher warst und kannst, theoretisch musst du nicht immer eins zurück, noch eins zurück, noch eins zurück, sondern kannst direkt auf die, äh, Übersicht zur Startseite der Einstellung zum Beispiel zurückspringen. Ja, das ist total gut. Mega Idee, mega Idee. Das erinnert mich an die, an die Safari-Tabs, ne, mit diesem Long-Press auf den Tab-Button, dass man dann alle gleichzeitig schließen kann. Weiß auch kaum jemand irgendwie, aber, ähm, ja, es quasi ist ... Beziehungsweise bei Safari auf dem Mac, wenn du Rechtsklick auf den Pfeil zurück machst, kommst du, kriegst du eine Übersicht über quasi alle vorherigen Seiten, ähm, sodass du dann gerade, es gibt ja diese, es gibt diese Zurückschleifen, wenn du eine Google-Suche gemacht hast, kommst auf eine Seite, willst zurück und irgendwie durch ein, äh, Redirect schafft es die Seite quasi dich, einfach, du, wenn du quasi zurückgehst, wieder vorzuleiten, das habe ich einfach manchmal, dann kommst du nicht mehr von dieser Seite runter und dann musst du quasi echt Rechtsklick halten und dann einfach irgendwie so drei Seiten zurückgehen, um aus dieser Schleife rauszukommen, aber, ja, das ist natürlich jetzt für Einstellungen ganz praktisch, dann weiß man halt auch mal, wo das ist. Du sagst in Safari oder was? Ja, genau, in Safari. Auf dem Mac in Safari? Genau, Rechtsklick auf den, auf den Zurückpfeil. Da sagt er mir, Symbolleist anpassen. Gerade zumindest. Auf den Zurückpfeil? Ja. Ja, okay, warte, war nicht rechtlich, war lang gedrückt halten. Lang gedrückt. Ja, also, Favoriten. Deep Press. Aha, das verstehe ich. Ein Deep Press, okay, alles klar, ja, kannte ich noch nicht. Sehr gut. Ähm, genau. Ich habe noch was zu Apple Watch gerade, ich fülle dir jetzt hier einfach noch ein bisschen raus, was noch interessant ist. Äh, achso, das wäre generell immer eine gute Frage, Tim, du hast ja die Airpods Pro, hast du schon mal dieses, äh, Siri, ähm, Announce Messages mal gehabt? ich habe das angemacht, habe das ewig, habe das ewig nicht bekommen und dann irgendwann, und das geht ja auch auf den, auf den normalen Airpods, zweite Generation, zweite Generation, ähm, und irgendwann kriege, vibriert es auf einmal auf der Uhr und auf einmal fängt Siri an zu quatschen, ich war so, hä, was ist denn jetzt los? Aber es funktioniert eigentlich ganz gut, ich kriege halt keine iMessages und manchmal nervt es halt auch, weil ich habe sie ja eh auf der Uhr, dann habe ich eh schon gesehen, dass ich eine iMessage habe, sie bis dahin schon gelesen, aber, ähm, ja, also es ist ganz nett, auf jeden Fall, liest das schön vor. Das funktioniert auch, was ich meine ist, hast du versucht mal zu antworten in der Sprache, wie sie es gezeigt haben? Nee, noch nie. Okay, weil das hat bei mir noch nie funktioniert irgendwie, da hat es immer dann wieder, entweder hat er es mal, also hat er es genommen, dann hat er es mal nicht genommen, dann war die Nachricht einfach vorbei, es gibt auch nicht so den richtigen Punkt, wo man weiß, was loslegen kann zu antworten, äh, sondern einfach, wenn die Nachricht vorbei ist, oder was, anstatt einfach, ach, man kann quasi einfach darauf direkt, sobald man anfängt zu reden, kann man einfach antworten. Ja. Ja, wir haben das ja mal versucht, ordentlich zu testen, ne, aber irgendwie war das nicht so, der Renner war es nicht. Auf jeden Fall geht das jetzt auch auf der Apple Watch, also wenn man nur die iPods mit der Apple Watch verbunden hat, weil man unterwegs ist, wie auch immer, laufen oder keine Ahnung, äh, dann geht, kann die Apple Watch jetzt auch iMessages announcen, in dem Fall. Da fällt mir ein, wir können eigentlich auch mal, äh, das, das, äh, Funkgerät für Apple Watch, können wir eigentlich auch mal einrichten, ne? Wie hieß das nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Walkie Talkie. Walkie Talkie. Das habe ich mit einem Kumpel manchmal gemacht, auf der Arbeit, war immer ein bisschen komisch, weil halt der gesamte, ist das, ist das wieder live, das haben sie doch, das haben sie doch abgeschaltet, ah ne, ist wieder da tatsächlich. Weil halt immer das gesamte Büro halt mithört, wenn du irgendjemandem was erzählst. Ich hab so ehrlich gesagt nie wirklich verstanden, was das überhaupt soll, also dieses Ganze, ich konnte so schnell gar nicht auf manche Nachrichten, also die anhören, wenn da irgendwas kam. Ja, ist halt, also im Prinzip ist ja eigentlich nur ein FaceTime-Anruf, Audio. Also, mehr macht er ja nicht. Ähm, ist ganz lustig, aber wie gesagt, sobald da niemand im Raum ist, wird es dann relativ schnell unangenehm, wenn derjenige dann anfängt, irgendwie so privat irgendwelche Scheiße zu erzählen. Und dann sind sie halt im Büro und, äh, die Apple Watch quäkt das halt über ihren Speaker komplett einmal durchs Großraumbüro. Ist das halt so ein bisschen so, hm, okay. Ja, aber ja, vielleicht kommt das ja auch nochmal irgendwie Ich würde es auch nicht wundern, wenn es verschwinden würde in WatchOS 7. Wahrscheinlich, ja, Benutzung ist wahrscheinlich irgendwie minus eins oder so. Ja, das glaube ich auch. Dann habe ich noch eine Sache gefunden, das war heute, glaube ich, oder gestern, dass, äh, die, also das ist jetzt mal ganz von der Software-Sache mal kurz weg, wir hatten ja auch über die Armex gesprochen, die da kommen werden, dann irgendwann Ende des Jahres, der erste vielleicht schon. Äh, es gibt ja sicherlich genug Leute, die auf ihrem Mac auch Windows benutzen über Bootcamp und das hat sich jetzt erledigt über die Armex, ne? Also das, äh, Bootcamp wird es so nicht mehr geben. Ja, aber auch nur, äh, weil Microsoft, deren ARM-Microsoft-Version quasi noch nicht freigegeben hat für, also die gibt es halt nur für, für Systembilder und OEMs. So, also du kommst gar nicht an eine, an eine ARM-Lizenz von Windows ran, als normal sterblicher. Und entsprechend kannst du quasi, könntest du es auch nicht per Bootcamp dann freigeben. Und, äh, sobald Microsoft das anpasst, ja, wird es wahrscheinlich auch gehen. und so. Aber ist halt jetzt die Frage, ich denke, da sie eh schon sehr nah zusammenarbeiten mit Office und so, wenn die darüber auch gesprochen haben, gerade wo es jetzt quasi auch groß in den Medien war, ähm, und ich nehme mal an, sie finden dafür eine Lösung. Also. Wäre auf jeden Fall, also ich bin jetzt nicht betroffen, aber ich denke, es sollte auf jeden Fall was, was kommen, ne? Auch, auch generell aufgrund dessen ist es ja irgendwie auch so, dass, ähm, Parallels zum Beispiel, dass sie das komplett neu, äh, entwickeln müssen, ihre ganze Software mit der ganzen ARM-Struktur, dass das so jetzt einfach alles nicht mehr laufen kann. Äh, ist schon ein großer Einschnitt, weil ich glaube, es ist, ähm, vielleicht eine zweistellige Prozentszahl schon an Leuten, die das benutzt, ja, die, äh, dennoch Windows auf einem, auf einem Mac hat. Also doch recht, äh, ja, spannend, was da noch passiert. Aber ja, wie du schon sagst, die werden sich wahrscheinlich einigen und dann wird's auch wieder gehen. Ähm, das waren meine Nachtragspunkte, die ich noch erwähnen wollte oder die es noch zu erwähnen gab. Habt ihr noch was? Ähm, ja, wir hatten, glaube ich, noch nicht das Ding erwähnt, wo wir intern schon drüber gesprochen haben mit dem, äh, Standardbrowser und mit dem Standardmail. Konnt übersprungen, hab ich aber tatsächlich auch hier drin noch in meiner Sammlung. Da hatten wir, das hatten wir ja auf dem, auf dem Wunschzettel und das hatte, glaube ich, jeder auf dem Wunschzettel irgendwie. Und, äh, das Teil soll, wurde nicht in der WWDC gesagt, aber tatsächlich soll es so sein, dass, ähm, man einen Standardbrowser, ähm, neben Safari quasi, anwählen darf in iOS und iPadOS und macOS weiß ich gar nicht, aber... Ja, macOS ist es ja schon. Also kannst du ja einfach in den Einstellungen unter Allgemeinen kannst du deinen Standardbrowser wählen. Ah ja, okay. Na, ich benutze einfach keinen anderen wahrscheinlich. Aber Mail, genau, Mail ist das andere Ding, ne? Also Mail geht nicht. Standard-Mail-Programm in macOS. Aber auf jeden Fall soll unter iOS und iPadOS soll auch ein Standard-Mail-Programm auswählbar sein. Ähm, genau. Standard-Mail-Programm unter macOS übrigens auch möglich, soweit ich weiß. Okay. Okay, sehr gut. Ich will ja nicht undankbar wirken oder so. Und ich bin auch wirklich froh, dass Apple das gemacht hat, aber ich frage mich, warum nur Browser und nur E-Mail-App? Das ist tatsächlich eine Sache, die mich so ein bisschen... Also ich hätte gerne auch eine eigene Kalender-App. Ja, Kalender, genau. Daran denke ich auch gleich. Eine eigene To-Do-Listen-App. Ich meine, wollen Sie das jetzt immer so häppchenweise in jedes nächste iOS-Update mit ausrollen? Beim nächsten dürfen wir dann einen eigenen Kalender wählen. Bei iOS 16 dann die nächste To-Do-App. Ähm, Navigation ist auch ein Thema, ja. Es geht ja alles irgendwie. Ist so halb mit eingebunden. Schön ist anders, aber es geht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Sie sich wirklich nur auf diese beiden Sachen bezogen haben. Vielleicht war das wirklich das meistgefragte, kann ich mir schon vorstellen. Aber die anderen Sachen hätte man ja auch mit reinnehmen können eigentlich. Ja, Maps ist glaube ich auch so, Maps ist ja auch so eine Sache, ne? Vielleicht gerne eigene, ja. Na, okay. Also Maps ist ja wirklich so eine Sache, äh, die wird ja so nicht dargestellt. Also das wird nicht mit reingenommen, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber da ist es ja so, dass du ja zum Beispiel, dass dir ja aufgefallen ist, weil du nutzt ja Google Maps, also Navigation, ne? Ja. Ähm, dass man bei, was war das? WhatsApp war das, glaube ich, ne? Wo du eine Adresse bekommen hast, dass du da wirklich auswählen konntest, auf einen Schlag quasi deine, deine, wo du eine gute Anzeige hast. Ja, ja, das meinte ich ja gerade. Das ist schon integriert und so, aber ich hätte das trotzdem gern irgendwie, also ich verstehe schon, dass das wahrscheinlich, also vielleicht hängt das ein bisschen mit Siri zusammen, ähm, dass du dann, wenn du nach einer Direction fragst, also nach einem Weg fragst, dass du ja dann auch eigentlich in Google Maps das angezeigt bekommen müsstest, wenn du Siri fragst, wenn Google Maps deine Standard-Navigations-App ist. Gleiches gilt für To-Do-Listen, ne? Wenn eine Standard, wenn dann To-Do-List meine Standard-Sache ist, dann muss Siri ja in der Lage sein, rein theoretisch, wenn ich sie darum bitte, das To-Do auch auf meine To-Do-List-App quasi zu hinterlegen. Äh, das gilt ja für Browser und E-Mails nicht, ne? Da kann man ja mit Siri nicht viel machen. Vielleicht ist es das. Keine Ahnung. Ja. Aber es ist trotzdem gut, dass es geht und es wurde auch einfach mal Zeit. Ich glaube, ich werde vielleicht maximal eine andere Mail-App nehmen, wenn mich dann doch irgendwie mal was überzeugt, aber Browser werde ich wahrscheinlich dann noch bei, ja, bei Safari bleiben, glaube ich. Ja. Man ist ja dann doch dran gewöhnt irgendwie mittlerweile. Gibt's noch was? Von meiner Seite nicht. Nee, von mir auch nicht. Ich habe ja schon gesagt, dass, äh, die zwei Sachen, die ich noch hatte, ansonsten. Ich gucke mal ganz kurz auf die Zeit. Ja, das kriegen wir noch, kriegen wir noch hin. Na gut, in der Zeit. Haben wir ja gut geschafft. Äh, lass uns zu den Tech-Moments wechseln. Habt ihr was? Nee. Äh, nee, ich eigentlich auch nicht, nee. Okay. Ich habe nur eine Kleinigkeit, fand ich cool, war schon letzte Woche, aber ich nehme es jetzt trotzdem mal mit rein, weil wir ja letzte Woche keine richtige Sendung dazu hatten. Ähm, ihr kennt das ja, man googelt irgendwas, ne, ich google irgendwie ein Problem, irgendeine Frage oder wie finde ich die und die Einstellung oder wie stelle ich das und das um. Ähm, und ich habe schon mal davon gehört, aber ich habe es tatsächlich noch nie selber sehen dürfen, vielleicht ist das auch, wird das auch so peu a peu ausgerollt. Ähm, man kriegt ja manchmal auch Textanzeigen von Google als Lösung dann oder als Vorschlag quasi angezeigt, die direkt von der Webseite entnommen sind, oben in einem Textbaustein oder einem Textblock, in dem halt vielleicht die Lösung oder die Antwort auf deine Frage drinsteht. Und ich finde es sehr cool, dass wenn du dann auf die Seite gehst, dass du da dann wirklich gelb markiert genau den Part auch angezeigt bekommst, den Google dir da quasi auf der Ergebnisseite angezeigt hat. Ähm, das hatte ich letztens, weil ich den Partner nochmal gesucht habe und dachte mir, ja, schön, dass er mir das auf der Startseite zeigt, aber ich hätte das jetzt, wo stand denn das jetzt hier? Auf der langen FAQ-Seite, die, weiß ich nicht, wie viele Fragen draufstehen. Äh, und da hat, ähm, markiert Google das quasi gelb und, äh, macht das somit sehr, sehr leicht zu finden. Es hat, äh, hängt mit der neuen, äh, Textlink-Funktion zusammen, Die habe ich, habe ich drüber gelesen, dass sie quasi jetzt die Möglichkeit eingeführt haben, in Chrome direkt zu einem bestimmten Text zu verlinken, auf einer Webseite. Dann hast du wahrscheinlich genau dieses Feature quasi, äh, live erlebt. In Safari aber. In Safari auch. Aber es war nur Google, es war wirklich nur Google. vielleicht ist es auch einfach, also es glaube ich, über Google, äh, oder über, über Textlink generell, ich weiß es nicht mehr genau, aber es gibt auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, ähm, jemandem konkret einen bestimmten Passus von der Seite dahin zu linken. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz geil, ja. Ja. Gleiches gilt auch, habe ich gelesen, für, ähm, also da YouTube jetzt ja Kapitelmarken anbietet, äh, soll das wohl auch bald möglich sein, dass du quasi direkt zu einem Punkt in einem YouTube-Video mit der Lösung geleitet wirst, wenn du was googelst, eine bestimmte Frage oder eine Funktionalität, weil er dann ja die Kapitelmarken ablesen kann und weiß, dass es in diesem Kapitel ab Minute sieben, meinetwegen, oder acht, äh, dann genau darum geht, ja. Fand ich eine sehr coole, äh, eine sehr coole Geschichte. Ähm, und ist mir danach auch direkt noch zwei, dreimal aufgefallen, also es scheint jetzt bei mir angekommen zu sein, egal wo es, ob das jetzt ausgerollt wird oder in Stücken oder wie auch immer oder jetzt für alle da ist, sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Gut, wenn ihr sonst nichts habt an Tech Moments, habt ihr Empfehlungen? mir fehlt gerade ein Tech Moment in dem Moment ein. Und zwar habe ich den, ähm, Fujitsu, Fujitsu, Scansnap i1300, ähm, Dokumentenscanner und der hat irgendwie letztes Jahr irgendwann eine neue, äh, Managing-Software bekommen und die hat quasi Texterkennung schon drin, ne, hatte die davor auch, aber vor allen Dingen für den Titel eines Dokuments. Das ist so Next Level. Ich habe letztens meine Geburtsurkunde scannen müssen und dann hat der quasi aus der Geburtsurkunde dann, äh, nach meinen Vorstellungen, ich kann es quasi sagen, wie, wie das dann formatiert werden soll, Datum mit quasi Jahr, Monat, Tag und dann Unterstrich und dann den Titel von dem, was er denkt, was der Titel sein könnte. Und dann stand es halt einfach eins zu eins da, also das perfekte Datum und der Titel Geburtsurkunde. Und zwar so, okay, das ist crazy, ähm, weil das halt immer mega nervig ist, wenn man Sachen scannt, ähm, die vielleicht schon zwei, drei Tage, vier Tage alt sind oder so und dann musst du jedes Mal, weil sonst eigentlich immer den, den, das Datum des aktuellen Tages quasi als, äh, als Scan-Name nimmt. Man muss halt jedes Mal immer alles wegmachen und dann, äh, nochmal das Datum hinzufügen und dass er sich das einfach aus dem Dokument rauszieht, ist halt übertrieben geil und macht eben, äh, ja, so digitales, äh, digitales Office extrem viel einfacher. Das klingt echt nicht schlecht, das wäre immer der Punkt, wo ich der Sache auch noch vielleicht nochmal eine Chance geben werde. Ich hatte ja schon mal diesen großen Daphonier, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ähm, der mir dann aber doch ein bisschen softwaremäßig irgendwie ein bisschen zu komisch war und das dann doch nicht so den Zweck erfüllt hatte. Ähm, auch aufgrund auch deswegen, weil es halt immer gefehlt hat, weil ich das trotzdem nochmal alles umbenennen musste dann und, äh, aber wenn er das jetzt kann oder wenn die Software das jetzt kann, dann ist es halt ziemlich, äh, ziemlich hilfreich. Genau, Scan-Snap-Home heißt das Ganze. Ähm, ja, also cooles Ding. Sehr gut. Ähm, genau, dann, Empfehlungen, habt ihr was? Scan-Snap-Home. Okay. Nee, ich hab nichts, nee. Ähm, ich hab, ja, nehm ich jetzt, ist egal. Ich hab mir eine Wetterstation gekauft, hatte ich ja die Woche euch schon mal erzählt. Ähm, und zwar eine sehr bekannte, smarte Wetterstation, die von Netatmo. Und, äh, hab die jetzt seit ein paar Tagen hier, bin eigentlich sehr zufrieden, es gab ein paar Startschwierigkeiten, ähm, einfach weil die Dinger sich, diese, diese Airner-Module wollten sich nicht so ganz verbinden, vor allem das Außenmodul hat irgendwie eine ganze Weile gebraucht, bis es dann eine feste Verbindung hatte, es war immer wieder abgebrochen, ich hab dann über Nacht gesehen, dass sich auch die Software geupdatet hat, also es wird dann wahrscheinlich irgendwie daran gelegen haben, dass es nicht ganz aktuell war. Ähm, ist also definitiv ein teures Spielzeug, ich hab's jetzt in einem relativ guten Deal geschossen, mit einem extra Innenmodul nochmal, für, äh, fast, ja, doch eigentlich für den, für den Normalpreis, wie es ohne dieses Innenmodul kosten würde, also quasi das Innenmodul gespart. Und, das ist schon sehr interessant, also ich sag mal so, für Außen, wenn wir ehrlich sind, für Außen brauchen, brauchen wir das wahrscheinlich nicht. Ja, dieses Außenmodul ist so, hey, das kann ich auch in jeder Wetter-App irgendwie haben. Ähm, es ist ganz nett, weil du ja dieses Network hast, dass quasi jeder Netatmo-Mensch, äh, seine Daten freigeben kann und dann anhand der Wetterkarte noch, noch genaueres Wetter noch natürlich bekommst, für jede Region. Also es könnte ja 10 Kilometer weiter schon ganz anderes Wetter sein als hier bei mir. Ähm, das könnte man dadurch besser abbilden und auch natürlich bessere Daten sammeln dafür. Ähm, die Innensensoren sind wirklich das Spannende. Ja, also vor allem, äh, der Hauptsensor natürlich und plus dieses Innenmodul. Ich hab jetzt hier eins in meinem Arbeitszimmer und der Sensor, der Hauptsensor ist im Wohnzimmer und, äh, es erstaunt mich wirklich immer wieder, vor allem dieser CO2-Wert, ähm, wie schnell doch der, der einfach, schlecht wird. Ja, also wie schnell der wirklich so in diesen gelben Bereich, äh, wandert, also wie schnell die Luft quasi verbraucht ist und, und was es auch bringt, einfach mal ein Fenster zu öffnen. Ich meine nicht, dass mir das vorher nicht klar war, äh, dass, dass man das auf jeden Fall machen sollte, aber das so nochmal zu visualisiert bekommen, einfach, ne, abgemacht es einfach mit drei Farben, grün ist super, gelb ist hmm und rot ist halt, mach unbedingt ein Fenster auf. Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich cool, ne, und alles, was damit dann auch zusammenhängt, dass du sagen kannst, okay, wenn die Luftqualität im Büro jetzt nicht ganz so gut ist mehr, ähm, sagen wir, es geht ins Gelbe, dann lass hier die Lampe grün werden oder sowas, oder schick mir eine Push-Benachrichtigung oder, äh, soll die Lampe hier blinken, also alles in Verbindung mit If This Then Set zum Beispiel, ähm, oder halt HomeKit, weil, die unterstützt auch HomeKit, ist Version 3, das ist sehr gut, der große Vorteil ist mir jetzt dadurch noch nicht gekommen, weil ich jetzt einfach noch mehr Kacheln in meinen Räumen habe, die derzeit noch keine wirkliche Funktion haben, außer mir das halt anzuzeigen, ähm, die Netatmo-App ist, ist okay, ich glaube, man kann es schöner machen, es gibt ja auch so zwei, drei Ansätze, dadurch, dass es ja eine, auch eine Web-Applikation gibt und eine API kann ja jeder theoretisch seine eigene App bauen, äh, aber alles, was es im App Store gibt, ist leider nicht, also wirklich noch weniger schön als die normale Netatmo-App, so, die ist ein bisschen, ist halt ein bisschen flach, so, wenig Farben, alles in blau-weiß gehalten, die Wochenübersicht könnte man ein bisschen übersichtlicher gestalten, worauf die natürlich abspielen, ist, dass du halt irgendwie eine, eine Art, äh, Rückblick hast, ne, eine Datensammlung, wie war das Wetter, wenn du gucken willst, wie war das Wetter bei, bei uns hier genau vor einem Jahr oder so, oder wie war das vor einem halben Jahr, hat es da geregnet, ist natürlich sehr geeky, aber, äh, rein theoretisch geht das, ähm, wie gesagt, für mich sind es eher die, die Innensensoren, die das ausmachen, ich werde mir noch sicherlich ein oder zwei holen, ähm, um die Räume damit, also man kann drei maximal noch hinzufügen, äh, um die Räume damit auszustatten, was sehr, sehr cool ist, ich kann das mal, wenn ich das Fenster hier wieder reingepoppt kriege, wie poppt man das denn wieder rein, bei Discord, ach hier, ähm, ich kann ja mal ganz kurz meinen Screen mit euch sharen, wenn, das sehen jetzt dann leider die, die Zuhörer nicht, aber das ist jetzt dann erstmal so, die Web-Oberfläche zum, ist zum Beispiel sehr, sehr gut, na, ich share mal hier meinen Screen, ähm, die Web-Oberfläche kann sich echt sehen lassen, okay, er sagt, ich kann meinen Screen sharen, nicht, nicht screen sharen, okay, dann kann ich es euch nicht zeigen, da war ich irgendwie ganz kurz, hab jetzt meine Verbindung zerschossen, ähm, aber zumindest ist es kurz abgestürzt, ich mach mal einfach weiter, äh, ich versuch's einfach nochmal, wenn's jetzt wieder passiert, dann Pech gehabt, ne, jetzt geht's, oder? Jetzt solltet ihr was sehen, und das ist halt diese Ansicht, die man halt auf der Webseite hat, die find ich sehr übersichtlich, ähm, achso, das ist natürlich jetzt blöd, ähm, der find ich sehr übersichtlich, äh, man sieht hier, die Luft, außen, das Wohnzimmer und das Büro, ähm, hier sind wir schon wieder im gelben Bereich, ja, im Büro, da ist die Luftqualität, ich bin ja jetzt auch seit, seit knapp zwei Stunden hier bald schon wieder drin, ähm, und, äh, verbrauche hier die ganze Luft, Fenster ist zu, äh, Luftfeuchtigkeit ist, ja, geht so, ähm, im Wohnzimmer ist die Qualität sehr gut, ja, man hat auch noch, achso, man hat natürlich auch ein Lautstärke-Messgerät in der, in dem Hauptmodul leider nur drin, leider nicht in den anderen Innenraummodulen, die können das leider nicht, ähm, und, äh, dann sieht man auch, ob es laut drin im Raum ist oder nicht, das macht jetzt bei mir hier wahrscheinlich wenig Sinn, weil, ich ja relativ ländlich wohne, das heißt, wenn, ja, aber wenn man in der Stadt wohnt, wo es dann doch mal ein bisschen lauter ist, äh, vielleicht wenn das Fenster auf ist oder so, dann kann man das, könnte man das damit festhalten, ähm, die Luftqualität außen ist, ja, ist, die Luftqualität ist recht hoch und ich finde es interessant, das ist immer so ein anderer Blick auf die, auf die Sache und auf die Daten, äh, hier kann man sehen, wie der Akkustand, also die, die Innenmodule und das Außenmodul auch sind, außer das Hauptmodul sind alle mit Batterie betrieben, ähm, und man kann, ja, ist eigentlich ganz lustig, man kann auch über die iOS-App die Daten sharen, also so ein, so ein Sheet rausfahren, das dann quasi als Bild mit euch teilen könnte, ähm, was das angeht und viele Spielereien, also ein teures, teures Spielzeug auf jeden Fall, ich denke, es wird seinen richtigen Zweck erst nachher im Haus erfüllen, also wenn es dann auch so an, es gibt ja noch Zusatzsachen wie, okay, dieser Windmesser ist vielleicht ein bisschen sehr, also da wüsste ich jetzt nicht, was ich damit soll, aber dieser Regenmesser ist schon dann doch ein bisschen interessanter, ja, wenn du dann auch eine, ein Bewässerungssystem hast, äh, dass du dann vielleicht auch noch irgendwie damit linken kannst, ähm, der misst ja halt dann einfach den, die, die Anzahl, äh, also die Quadratmeter in Regen, äh, wie viel Regen runtergekommen ist, ähm, und alles in allem, achso, man kann auf der Station, das ist ganz cool, auf der, auf der Home-Station kannst du einmal oben drauf tippen und dann kriegst du in einem, mit einer LED quasi den Luftstand angezeigt, also wenn es grün ist, also wenn CO2-Werte gut sind, dann ist es grün und, und wie die Farben, wie halt schon gesagt, und das ist ein sehr schicke Spielzeug und, ähm, passt sich gut ins, ins Bild, irgendwie in der Wohnung, weil es halt kein irgendwie so ein alter, äh, Taschenrechner, Taschenrechner-Display, Wetterstation ist irgendwie, die es halt seit, seit Jahrzehnten gibt, ähm, sondern einfach diese Säule, klar, man hat kein direktes Ablesen am Gerät selber, ne, das muss man halt, das muss einem halt klar sein, aber wenn man kurz aufs Handy guckt, das hat auch ein Widget, ich hoffe, dass sie auch, dass sie dann auch ein Widget haben für den, äh, für den neuen Homescreen, äh, das kannst du dir direkt draufpacken, siehst die, alle Werte, die du wissen musst und dann, äh, passt es eigentlich. Coole Sache auf jeden Fall, wenn man, ähm, ja, ich hab auch schon immer mit dem Gedanken gespielt, weil irgendwie ist es cool, so eine Wetterstation zu haben, aber, ja, wirklich nutzen würde ich sie jetzt auch in der Wohnung nicht wirklich, also, äh, ja, aber wie gesagt, geiles Spielzeug auf jeden Fall und wie du gesagt hast, gerade mit dann der Erweiterung um Wind oder Regensensor, äh, weiß man halt auch genau, wie krass hat es geregnet, was muss, muss ich vielleicht noch gießen, reicht es aus, wie es geregnet hat, ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, finde ich auch, wie gesagt, das ist eigentlich, braucht man es nicht, aber, wenn man dann, ich hab auch schon sehr, sehr lange damit, mit dem Gedanken gespielt irgendwie und, naja, als sie dann jetzt, dass sie Homekit supporten, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, ein paar Monate, äh, da war dann so das erste Mal, wo ich dann fest überlegt hab, okay, wenn das Ding mal irgendwie passt vom Preis, dann holst du es dir einfach mal und guckst mal, ob es dir irgendwas bringt, mir macht es irgendwie Spaß, mir die Werte anzugucken, ich guck da echt oft drauf, ähm, und, äh, achte wirklich auf die Luftqualität und versuche da ein bisschen, jetzt auch, wie gesagt, irgendwelche Szenen zu bauen, dass es halt mir auch sagt, wenn irgendwas, zusätzlich so die Push-Benachrichtigungen mir irgendwie noch visuell anzeigt, dass die Luft gerade schlecht ist oder vielleicht auch die Temperatur zu hoch ist, ja, wenn man jetzt weiterspinnt, ich hatte ja vor kurzem den Ventilator, ähm, von Xiaomi vorgestellt, wenn ich den irgendwie, den ich mir übrigens auch gekauft hab, äh, dann soll der, ähm, der, der Ventilator angehen, äh, im Haus zum Beispiel später ist auch unser Gedanke, uns eine Klimaanlage einzubauen, zumindest unten im Wohnbereich und vielleicht oben im Schlafzimmer, ähm, dann ist es auch eine ganz gute Sache, ne, du hast eine gewisse Temperatur im Raum und dann soll die halt, natürlich wird man die auch steuern können, dafür werde ich sorgen, ähm, dass sich das halt koppelt und dass das Ding halt angeht und die, die Temperatur so regelt, ja, mit den Werten, die da im Raum, von der Netatmo, ähm, Wetterstation gemessen werden und als Zusatz möchte ich noch eine kleine Sache, äh, mitgeben, ich hab ja gerade über die Web-Oberfläche gesprochen, über die App fürs, ähm, fürs iPhone, ich muss sagen, die iPad-App sieht fast genauso aus wie die iPhone-App, das find ich ein bisschen schade, also auch bei der iPad-App hätte man vielleicht mehr machen können, ja, dass es wirklich wie so ein sehr informativer Bildschirm aussieht, mit, äh, den meistmöglichen Informationen drauf, gut verpackt, ist es daher nicht geworden, ähm, es gibt aber, hatte ich vorhin schon gesagt, durch diese API, die Netatmo da anbietet, genug Leute und sehr, sehr findige Leute, äh, die, ähm, ja, die einfach, äh, dann da was damit bauen, ja, und unter anderem auch der Andreas, äh, Großauer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit dem ich in den letzten Tagen ein bisschen Kontakt hatte, der die App Netatmo gebaut hat, die kann man sich im App Store unterladen für 3,50 Euro, äh, 3,49, irgendwie sowas, ähm, der hat mir die zur Verfügung gestellt, um mir die mal anzugucken und das ist halt so ein, ja, das ist halt ein Menüleisten-Widget, mit dem ich direkt auf einen Klick alle Räume sehen kann, die ich hinterlegt habe, das ist sehr anpassbar, man kann sich auch die Temperatur oben in der Menüleiste anzeigen lassen, da kann man wirklich sehr, sehr viel rumspielen, äh, hat der erst ein farbiges Icon angezeigt, ich bin, hab ja alles monochrom Icons irgendwie oben in der Menüleiste, hatte ihn daraufhin auch noch angeschrieben, aber die Einstellung gibt's, ich hab die einfach noch nicht gesehen, man kann's auch monochrom machen, ähm, man kann da wirklich sehr, 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 sehr kleinteilig alles anzeigen, man kann sagen, es soll irgendwie auch den CO, nur den CO2-Wert aus bestimmten Räumen anzeigen, oben in der Menüleiste und so, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut, und, äh, man loggt sich da einfach nur ein mit seinem NetApp-Mor-Account und, äh, hat dann zusätzlich zu der Übersicht, ähm, wenn man auf das Menüleistensymbol klickt, über diese kleine Anzeige der Räume, ähm, hat man auch nochmal, wenn man dann länger drauf geht, auch nochmal, kann man sich auch die letzten 30 Tage angucken, gestern, äh, Jahresrückblicke, alles so mit, mit Graphen dargestellt, ähm, schön gemacht, also wirklich sehr, sehr tolles Projekt, kann ich jedem, der die Station hat, nur empfehlen, ohne Station bringt einem leider nichts, wir werden demnächst auch mal, vielleicht nochmal ein paar Versionen davon hier im Podcast verlosen, da vielleicht nochmal später dazu, äh, jetzt gerade noch nicht, das, äh, heben wir uns nochmal für eine spätere Folge auf, also wer da vielleicht jetzt sagt, sieht gut aus, die App will ich mir mal angucken, wartet einfach mal noch ein, zwei Folgen, dann, äh, verlosen wir mal ein paar Codes davon, da hat der Andreas nämlich schon welche zur Verfügung gestellt, aber das, wie gesagt, sparen wir uns noch ein bisschen auf. Gut, ja, das war meine Empfehlung, also kann ich nur jedem, der ein bisschen Spaß an sowas hat, irgendwie, äh, es gibt da noch nichts anderes, muss man auch sagen, es gibt nichts anderes, ja, wenn man sowas haben will, eine smarte Wetterstation mit HomeKit-Integration, äh, gibt's nichts, das, dann muss man in dem Fall zu Netatmo greifen. Eine wichtige Sache, das liegt alles auf Netatmo-Servern, das heißt, sollte Netatmo seine Server eines Tages irgendwann mal abschalten, sind die Dinger halt einfach, äh, nette silberne Säulen, die man sich auf seinen Schrank stellen kann. Elektroschrott. Und haben dann nicht, Elektroschrott, ja, hat dann wirklich nicht mehr viel Nutzen, muss man leider sagen. Man kann die Daten exportieren, ob man sie dann aber in was Neues importieren kann, wahrscheinlich nicht. Ja. Genau. Gut, jetzt hab ich viel geredet, ähm, und wir sind auch sehr gut in der Zeit. Habt ihr noch was, was ihr gerne sagen möchtet, was ihr loswerden wollt, irgendwelche Themen, äh, wichtige Informationen? Nee, alles gut. Von mir aus auch nicht. Okay, sehr schön. Äh, ich hab auch nichts weiter. Gut, dann, ähm, würde ich sagen, haben wir es für die Woche, also war quasi ja fast nochmal eine zweite WWDC-Folge. Nächste Woche haben wir bestimmt noch ein paar andere Themen, die wir dann, äh, mal durchkauen können. Ähm, ja, an der Stelle erstmal an die Hörer da draußen, vielen Dank fürs, äh, fürs freundliche Zuhören. Äh, abonniert unseren Podcast, auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr uns finden könnt, Spotify, YouTube und so weiter. Ähm, gebt uns eine positive Bewertung in der Apple Podcast-App und dann, äh, das hilft uns zu wachsen und hilft uns in den Rankings aufzutauchen. Ähm, folgt uns auf Social Media, wo ihr wollt, äh, ja, YouTube hab ich schon gesagt. Ansonsten, ja, vielen Dank nochmal an alle, vielen Dank an Kalle und Tim. Gerne. Danke ebenso. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut, ihr beiden. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Tschaußen.